Sabine Boot Kleine Ziege, große Liebe Gelesen von Merete Brettschneider Eine Silberfischproduktion im Hörbuch Hamburg Verlag 2011 Gelesen von Merete Brettschneider Während Mama und ich Müslimampfen das geschmacklich an eingemottete Lumpen erinnert, öffnet Papa einen Briefumschlag. Was bietet er uns diesmal? Ich erkenne an Mamas Frage, Papas Gesichtsausdruck und am Wappen auf dem Briefbogen, von wem der ist. Vom Bürgermeister. Er betet nichts, erklärt Papa verwundert. Er ... Nein, das darf er nicht. Papa wirft Mama einen vielsagenden Blick zu und verabschiedet sich, den Brief in der Hosentasche unter fadenscheinigem Grund. Ich gehe in den Stall und gucke, ob sie was braucht. Papa hastet aus der Küche, um unsere Oberziege, die seit Wochen einen kugelrunden Bauch mit sich herumschleppt, zu begutachten. Wenn das Zicklein kommt, will er unbedingt dabei sein. Und vorher wird das Vieh verwöhnt, als wäre es eine Prinzessin. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine Vorzugsbehandlung in dieser Familie erhalten zu haben. Was darf der Bürgermeister nicht, frage ich, aber Mama hat selbst keinen Schimmer. Sie vertreibt Papas panische Schwingung mit einer, wie sie glaubt, echt indianisch und schamanisch getauften Adlerfeder und setzt ein entspanntes Lächeln auf. Es geht wieder um die Mühle. Das habe ich mir gerade noch selbst zusammenreimen können. Seit Monaten geht es um nichts anderes als um unsere olle Mühle. Der Bürgermeister will, wie er findet, am idyllischsten Ort der Stadt irgendeinen Wellness-Tempel errichten, in dem gestresste Großstädter sich verwöhnen lassen können. Wollte er schon, bevor uns dieses Hutzelmännchen vor anderthalb Jahren sein Hof verkauft hat, für einen absolut lächerlichen Preis, weil er den Wunsch hatte, dass jemand sein Werk weiterführt. Dass er in erster Linie jemanden gesucht hat, der an seiner Stelle dem Bürgermeister die Stirn bietet, das haben meine Eltern beim Kauf noch nicht gewusst. Jetzt haben sie den Salat. Für den Wellness-Tempel sollen wir weg. Und unsere Ziegen. Und unser Selbstversorger-Öko-Anbau. Und unsere naturbelassene Wildnis drumherum. All das stört nämlich das Auge von Großstädtern. Wie gut ich sie verstehen kann. Und wie wenig ich verstehen kann, dass Papa noch auf keins der Angebote eingegangen ist. Ein Vermögen will uns der Bürgermeister für die Bruchbude zahlen. Ein Vermögen, von dem man eine schicke Wohnung mitten im Ort kaufen könnte. Ein Vermögen, das Papa nicht interessiert, weil ihn nur das Prinzip interessiert. Und die Natur. Die will er retten. Mich rettet niemand aus dieser Einhöde. Was ist das? Ich halte Mama etwas Hartes, Kantiges hin, das ich gerade in meinem Mund gefunden habe. Roggen, Weizen oder Dinkel. Alles frisch geschrotet. Mama strahlt, als hätte sie das Einmaleins des Müslimachens neu erfunden. Das ist steinhart! Hart ist gut für die Verdauung. Es gibt Leute, die essen alle Lebensmittel naturbelassen. Die kochen nichts. Das soll sehr gesund sein, das Mama! Heidi, verbessert mich Mama. Mein Name ist Heidi. Du bist Ellen, ich bin Heidi. Wir sind auf Augenhöhe. Du musst mich nicht Mama nennen, das weißt du doch. Mama, versuche ich's noch einmal, das ist hundertpro unverdaulich. Ich halte ihr den Minifelsen aus meinem Mund wieder unter die Nase. Endlich schaut sie hin. Hm, sie nimmt das Teil staunt und runzelt die Stirn. Mach mal den Mund auf. Ich gehorche. Da, Mama schiebt den Zeigefinger zwischen meine Zähne. Da fehlt was. Abgebrochen. Mein Scharn ist abgebrochen? Nuschle ich durch Mamas Finger hindurch und füge, wie der Herr über meinen Mund empört hinzu. Das hast du nun von deinem blöden Dreikorn, scheiß Mama. Heidi, Zahnkillerin! Mama zuckt mit den Schultern. Es hatte bestimmt seinen Grund, dass er abgebrochen ist. Die Natur? Ja, ja. Ich winke ab. Auch die Leier kenne ich in- und auswendig. Die Natur weiß, was richtig ist. Alles so gewollt. Von der Natur. Aber nicht von mir. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, frage ich auch gleich nach einer Klammer wegen der Zahnlücke. Erkläre ich. Mama macht ein Gesicht, als wollte ich mir die Nase richten lassen. Die ist so süß, deine Lücke. Die Natur hat auch Stechmücken und Giftschlangen produziert. Also bitte, lass mich in Ruhe mit der Natur. Wenn das mal nicht der perfekte Start in die Sommerferien ist. Statt mich mit Tine und Biene im Freibad zu treffen, muss ich in den Ort radeln. 15 Kilometer bis zum Freibad. Das ist streckenmäßig schlimm genug, aber immerhin stimmt das Ziel. Bei 15 Kilometern bis zum Zahnarzt sieht die Rechnung anders aus. Ich hasse es, schwitze wie verrückt und schimpfe vor mich hin. Ein paar hundert Meter von der Straße entfernt liegt der Grenzhof. Auch so ein Müsli-Unternehmen. Mutter, Vater, drei Kinder. Habt ihr mal mit Tine und Biene in der Stadt gesehen? Die sahen aus wie die Kelly-Family. Die standen im Pulk im Drogeriemarkt vor den Damenbinden. Wahrscheinlich, weil die Mutter sich überlegt hat, dass Ziegenhaartampons oder Ähnliches doch nicht so dicht halten. Mama und Papa haben ab und zu Kontakt zu denen. Die treffen sich kollegenmäßig auf dem Markt oder tauschen privat Ziegenkäse gegen Obst allerlei. Und letztens hat Papa zwei Hühner mitgebracht, die er gegen eine Ziegenwolldecke getauscht hatte. Diese ganze Tauscherei ist auch dunkelstes Mittelalter. Dabei haben wir Kohle. Papa schreibt neben seinem Bauern-Dasein immer noch Artikel für Informatikfachblätter. Und Mama verdient etwas mit esoterischer Beratung und Traumdeutung. Ist ihnen aber peinlich, das Geld verdienen. Am liebsten würden sie mit dem schnöden Mammon nichts mehr zu tun haben. Ich radle in den Ort und bekomme beim Anblick von Geschäften, Ampeln und jeder Menge Menschen spontane Glücksgefühle. Der Ort ist für eine, die in der Wildnis lebt, die große, weite Welt. Zuallererst hole ich aus dem Rucksack die Sandalen mit dem kleinen Absatz und tausche sie gegen die dreckverschmierten Turnschuhe. Dann steuere ich den Kiosk an, decke mich mit Zeitschriften über die noch größere, noch weitere Welt ein, mache Halt beim Bäcker und genehmige mir trotz bevorstehendem Zahnarztbesuch und Jugendball erst mal drei Teilchen aus Weißmehl, Weißzuckerguss und unglaublich unbiologisch angebautem Apfelmus. Anschließend stürme ich die Boutique und renne wie immer bis zu den hinteren Ständen durch. Es ist noch da. Glitzernd und strahlend begrüßt es mich, schmiegt sich, als ich es von der Stange nehme an mich und raschelt verführerisch synthetisch, während ich mich mit ihm in einer der Umkleiden verschanze. Ich streichle über Pailletten, Stickereien und schlüpfe hinein. Ein vertrautes Gefühl überkommt mich, das Kleid und ich, wir kennen uns bereits. Es weiß, dass es zu mir gehört, ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Wir wissen, dass wir unbedingt zusammen zum Jugendball gehen sollen. Nur mein Taschengeld weiß das irgendwie nicht. Ich drehe mich von links nach rechts, schließlich im Kreis. Ich nehme die Spange aus den Haaren und lasse sie lang über die Schultern fallen. Die Radtour hat den Ziegenmief aus mir herausgepustet, meine Mähne duftet nach Sonne. Ich finde mich wirklich wunderschön. Ritsch, ratsch, aus der Traum. Die Verkäuferin hat ohne zu fragen den Kabinenvorhang aufgerissen. Du schon wieder, mault sie. Ich ziehe es gleich aus, knurre ich zurück. Die Verkäuferin macht ein mürrisches Gesicht. Sie weiß ganz genau, dass ich das Kleid nicht kaufen werde. Heute nicht, all die Male zuvor nicht und auch in Zukunft nicht. Ich habe keine 175 Euro. Die alte Schrulle kann einfach nicht verstehen, dass ich es trotzdem brauche, wie die Luft zum Atmen, um mich wenigstens alle paar Tage wie eine Frau von Welt zu fühlen. Ellen merke nicht, ich habe mir einen Zahn abgebrochen. Das kann dauern, erklärt die Sprechstundenhilfe und deutet voller Schadenfreude zum überfüllten Wartezimmer. Ich seufze. Warten und dabei auch noch stehen. Ich lehne mich an die Wand, krame meine Zeitschriften hervor, versinke in dem Anblick von Stars und Sternchen, die allesamt ganz sicher niemals in einer Schrottmühle wohnen, Ziegenmist wegkehren und Knorpelkirschen entstehen mussten und ignoriere die zunehmenden Schmerzen in meinen Fußbeinen. Zu allem Überfluss laure ich nach einer Weile nicht mal mehr alleine auf den nächsten freien Platz. Ein Junge, etwas älter als ich, lehnt sich mir gegenüber an die Wand, holt eine Kickerzeitung hervor, lugt aber genau wie ich in regelmäßigen Abständen über seine Lektüre hinweg auf die Wartenden. Er hat verdammt lange Beine und sieht aus, als könnte er von 0 auf 100 durchstarten. Angenommen, er hat noch nie etwas von Ladies first gehört, wird er ein ernstzunehmender Konkurrent im Hinblick auf einen Stuhl. Ich schätze, ich muss ihn davon überzeugen, dass es sich lohnt, mir den Vortritt zu lassen. Zahnschmerzen? Ich klimpere mit den Wimpern, ganz wie ich es von Tina abgeguckt habe. Zahn abgebrochen, erklärt er und streckt mir seine Beißerchen entgegen. Bei mir auch, aber weiter hinten kann ich nicht zeigen. Müsli? Er guckt mich irritiert an und ich könnte mir selbst eine Ohrfeige geben. Wieso sage ich nicht gleich, dass ich die Kleine bin, die mit ihren Eltern in die einsame Mühle gezogen ist? Müsli, das ist das Stichwort für blöde Fragen. Nee, Knochen, sagt er und grinst. Keine blöden Fragen. Die Frau von Welt in mir schöpft Hoffnung, dass er tatsächlich ein Gentleman ist und ich muss innerlich über seine Antwort seufzen. Knochen. Wann habe ich das letzte Mal ein Knochen im Mund gehabt? Ich ess Blumen, denn Tiere tun mir leid, singt Mama immer irgendeinen verstaubten Song und der bestimmt unseren Speiseplan. Der Junge wendet sich wieder seiner Zeitung zu und mir fällt nichts mehr ein, um ihn in Sachen Ladies First zu manipulieren. Ist auch gar nicht mehr nötig. Eine der Sprechstundenhilfen gibt ihm ein Zeichen und er verschwindet unter dem Murren der anderen Wartenden wie ein VIP ohne Termin im Behandlungszimmer. Mit einem nagelneuen Stück Zahn im Mund ratel ich zum Freibad und entdecke Tine und Biene an unserem Stammplatz im Halbschatten. Zwischen Frittenbude und Fünfmeterbrett. Der ultimative Ort. Jungsdichte maximal. Ich will meinen Mund aufklappen, um das Neueste zu präsentieren und von meiner geplanten Lückenklammer zu berichten, aber ich komme nicht dazu. Guck mal da drüben, aber unauffällig. Tine deutet nach links. Auf Julia, ihren neuen Angebeteten, in denen sie, wie sie sagt, noch viel unsterblicher verliebt ist, als sie es in Marco, Sören, Hilma, Kai, Thorsten und all die anderen war. Er steht in der Schlange vor dem Imbiss. Die schlapprige Badehose ist so weit über die dürren Hüften gerutscht, dass man eine Andeutung von Ritz sehen kann. Keine Ahnung, was Tine an dem findet. Er sieht aus wie einer von den Typen aus ihrer Lieblingsband, so ein hohläugiger Strich in der Landschaft. Je dürrer sie aussehen, desto schärfer findet Tine sie und ist immer sofort bis über beide Ohren verliebt. So richtig mit den ganzen Tag dran denken und nicht schlafen können und keinen Appetit haben und Schmerzen in der Herzgegend. Hast du mittlerweile mal mit ihm gesprochen? Frage ich. Biene schüttelt an Tines Stelle den Kopf. Sie sucht noch nach den richtigen Worten. Hier. Sie drückt mir einen Zettel in die Hand. Die Top Ten der ultimativen Sprüche, um Julian anzugraben, lese ich. Platz 10. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Ich werfe Tine einen fragenden Blick zu. Du siehst ihn jeden Tag in der Schule. Er ist in der Parallelklasse. Aber er tut immer so, als hätte er mich noch nie gesehen. Du tust immer so, als hättest du ihn noch nie gesehen. Wenn du mal nicht weggucken würdest, wenn du an ihm vorbeigehst, hätte er auch eine Chance, Hai zu sagen. Tine zieht eine Schnute. Biene tätschelt ihr tröstend die Schulter. Ich beschließe das Thema einfach zu beenden, werfe Zeitschriften auf die Handtücher und verordne meinen Freundinnen eine runde Star-Check. Sie sind zum Glück einverstanden. Wir blättern synchron und kündigen jeweils mit einem spitzen Schrei oder einem verächtlichen Schnauben Sensationen und Peinlichkeiten an. Das Kleid von der einen, der neue Toyboy von der anderen, die gespritzten Lippen von der dritten. Alles wird haarklein diskutiert und begutachtet. Die Männermodels auf der Dolch- und Gabbana-Modenschau sehen irgendwie krank aus, findet Biene. Tine runzelt, verärgert die Stirn. Die sehen voll gut aus. Finste? Die sind so dünn. Die haben gar keine Muskeln und irgendwie, das könnten auch Frauen in Männerklamotten sein. Biene merkt nicht, dass sie gerade eine ziemlich genaue Definition von Julian zum Besten gibt und zuckt erschrocken zusammen, weil's Tines Ton schärfer wird. Das nennt man Androgyn. Du hast echt keinen Geschmack, faucht Tine und fügt gedehnt hinzu. Erzähl doch mal, wie sieht denn dein Christian aus, hm? Biene guckt verzweifelt, beißt sich auf der Unterlippe rum und verkündet schließlich, stimmt, irgendwie ist Androgyn schon super. Christian ist auch irgendwie ein bisschen Androgyn. Ich ziehe fragend die Augenbrauen hoch. Der Typ, den Biene uns auf dem Foto gezeigt hat, war alles andere als hohlwangig. Tine allerdings ist mit Bienes Antwort erstaunlich zufrieden. Kräh mir mal den Rücken ein, befehlt sie und Biene gehorcht prompt. Das geht jetzt schon seit Tagen so. Tine gibt den Ton an und Biene macht Männchen. Keine Ahnung, was in sie gefahren ist, aber es nervt gewaltig. Die Stimmung zwischen uns dreien ist dauernd explosiv, gar nicht so wie sonst. Und das, wo doch Ferien sind. Ich springe auf und verkünde, dass ich ins Wasser möchte. Tine will nicht mitkommen, weil Julian schon wieder am Imbiss steht. So viel wie der verdrückt, müsste er eigentlich fett und schwabbelig sein. Lass mich nicht alleine, jammert sie. Wie sieht das denn aus, wenn ich hier so einsam in der Gegend rumliege? Wie eine, die keinen kennt. Ich verdrehe nur die Augen, aber Biene ist ihrem neuen Image als Tines höriges Hühnchen treu. Ich bleibe bei dir, sagt sie und wirft mir einen entschuldigenden Blick zu. Dann eben ein Soloschwimmgang. Ich besteige das Drei-Meter-Brett und stelle mir vor, wie das Fußvolk meinem Astralkörper nachschaut. Ist sie das? Ist das dieses berühmte Topmodel? The German Wonder? Ja, ja, das ist sie. Wunderschön. Ich habe gehört, sie hatte früher eine scheußliche Zahnlücke. Und ich habe gehört, ihre Eltern sind völlig verrückte Öko-Terroristen, dass sie bei all dem Leid so wundervoll werden konnte. Plötzlich flammt Blitzlichtgewitter auf. Aber an meinem Kopf sind gar keine Paparazzi am Werk. Ich sehe Biene und Tine mit Sack und Pack das Weite suchen. Und dann raffe ich, was los ist. Kleine Geschosse, die Kreise ziehen, prasseln auf die Wasseroberfläche. Es regnet, es blitzt und es donnert. Du bist ja nass bis auf die Haut, stellt Mama fest, als ich einen Bach hinterlassend in die Küche stapfe. Bis auf die Knochen, verbessert Papa. Bis auf die Eingeweide, bis in die letzten Ritzen, schimpfe ich und klappere dabei mit den Zähnen, vor Wut und vor Kälte. 15 Kilometer durch ein gigantisches Sommergewitter zu radeln, nachdem man sowieso gerade im Schwimmbecken war, hat ungefähr den Effekt von einem viel zu langen Vollbad in eiskaltem Wasser. Meine Haut ist absolut verschrumpelt und bläulich angelaufen. Papa schmeißt den Kachelofen an und Mama wendet sich zum zweiten Mal an diesem Tag der alten Truhe zu. Diesmal lege ich kein Veto ein. Gegen bis auf die Knochen nass und erfroren sein, hat Mama bestimmt wirklich ein Zaubermittel parat. Ein Tee und ein paar Globuli, erklärt sie, während ich die nassen Sachen ausziehe und mich in eine Ziegenwolldecke hülle. Papa ruppelt mir den Rücken, Mama zieht mir Ziegenwollsocken an und nachdem die Spezialteemischung durch einen großen Löffel Honig nicht mehr ganz so nach überfülltem Aschenbecher schmeckt, spüre ich meine Lebensgeister zurückkehren. Ich lasse mir brav ein paar Globuli unter die Zunge legen und seufze. Manchmal, ganz selten, in solchen Ausnahmefällen hat es auch was für sich, komische Öko-Eltern zu haben. Kaum habe ich das gedacht, muss ich mich schnellstens wieder korrigieren. Ich erschrecke fast zu Tode, als plötzlich eine Gestalt in einem wallenden Gewand in der Tür erscheint und heulende Geräusche von sich gibt. Marianne ist zu Besuch. Bis auf Weiteres, erklärt Papa. Und ich erkenne, dass das Wesen kein Schlossgespenst, sondern Mamas, gerade ziemlich verquollene Freundin aus der Urschreitherapiegruppe ist. Papa rückt ihr einen Stuhl neben meinen, legt ihre Füße neben meine, auf meinen Hocker vor dem Kamin, drückt auch ihr eine Tasse von meinem Spezialtee in die Hand und erklärt, Marianne musste mal raus von zu Hause, mal nicht allein sein. Sie ist, sie hatte einen, ähm, Streit mit ihrem, mit einem Mann. Das sind ja wahnsinnig detaillierte Aussagen. Ich sage brav, Tag, aber Marianne bleibt bei den heulenden Geräuschen, putzt sich überlaut die Nase und lässt sich in Mamas Armen häuslich nieder. Papa nimmt meine Stallklamotten vom Haken und schlägt vor, dass ich mit ihm zusammen nach der trächtigen, überverwöhnten Zicke sehe. Und bevor ich hier Mutter- und Vaterseelen alleine hocken bleibe, nehme ich das Angebot an. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit wenigstens was über den Brief des Bürgermeisters erfahren. Muss die bei uns übernachten? Beschwere ich mich, als Papa den Ziegenstall aufsperrt. Ich denke, sie bleibt vorerst, sagt er und meint damit, dass Marianne nicht nur mit Zahnbürste, sondern mit mindestens zwei Koffern angereist ist. Ich werde später ganz sicher kein offenes Haus haben, vielmehr eins mit dreifach verriegelter Hochsicherheitstür. Es ist dämmerig in dem alten Stall und eine Woge scharfen Ziegenmistgestangs kommt uns zusammen mit dem freudigen Gemecker der Bewohner entgegen. Hallo, meine Lieben, nein, nein, ich bringe euch nichts zu fressen. Ich gucke nur nach Charlotte, unterhält sich Papa mit den Viechern. Charlotte? Frage ich mit hochgezogenen Augenbrauen. Sie bekommen jetzt alle Namen. Tiere haben eine Seele, genau wie wir. Sie sind Individuen. Sie verdienen Respekt. Papa ist bei Charlotte angekommen und betastet deren prallen Bauch. Es ist bald soweit, bald, bald, murmelt er vor sich hin, während Charlotte an seinem Bart rumknabbert. Das ist so aufregend. Der erste Nachwuchs aus der eigenen Zucht. Ich hoffe, es geht alles gut. Aber sicher, die Natur. Bei dem Stichwort wechsle ich lieber schnell das Thema. Sag mal, was stand denn eigentlich in dem Brief vom Bürgermeister? Papa tut so, als hätte er mich nicht gehört. Willst du auch mal fühlen? Fragt er. Wenn du Glück hast, tritt es gerade. Papa nimmt meine Hand und legt sie auf Charlottes Bauch. Ganz schön fett. Und hart. Aber bewegen tut sich nichts. Du musst Geduld haben, erklärt Papa. Liegt mir nicht. Ich weiß, Papa grinst. Dieses Papa-Grinsen. Dieses Wenn-du-erst-in-mein-Alter-kommst-Grinsen. Ich hasse warten, erkläre ich nachdrücklich. Ich erwarte, dass ich mich endlich verliebe. Egal in was. Hauptsache es passiert. Verstehst du? Frage ich und quetsche mir nach einer Sekunde noch ein Günther heraus. Es schlägt ein wie eine Bombe. Nachdem Papa mir bestimmt hundertmal vorgebetet hat, dass ich ihn doch bitte schön wegen Gleichberechtigung und Co. mit dem Vornamen ansprechen soll, fällt sein Gesichtsausdruck jetzt vollends in sich zusammen. Bitte, bitte sag das nie wieder zu mir. Was denn, Günther? Frage ich unschuldig. Das, dieses Günther-Ding, sagt Papa. Bitte, bitte sag wieder Papa zu mir. Wenn du Günther sagst, das ist, als ob ich plötzlich nicht mehr mit dir verwandt wäre. Ich grinse. Was wird Mama dazu sagen? Frage ich und füge feierlich hinzu. Papa. Meine Mutter muss sich um ihre heulende Freundin kümmern und ich muss Papa auf dem Markt helfen. Es sind Sommerferien und es ist unerträglich heiß. In der karierten Schürze, zu der ich zu allem Überfluss auch noch ein kariertes Kopftuch tragen muss, sehe ich furchtbar dämlich aus. Die Käse-Teile stinken so unerträglich, dass ich das Gefühl habe, jeden Moment einer Ohnmacht zu erliegen. Eine Pause ist mir trotzdem nicht vergönnt. Ein Kunde nach dem anderen reiht sich in die Schlange ein. Wie kann man nur freiwillig Knete für diese stinkenden Teile ausgeben? Eine Ziegenrolle. Einmal Ziege in Honig, einmal Kräuterziege. Das macht 16,50. Ich reiche der Kundin die Ware und kassiere. Papa wirft mir einen Blick zu, der wohl so viel sagen soll wie Meine Güte, was bin ich stolz darauf, dass du so schön stinkenden Ziegenkäse verkaufen kannst. Vielleicht wirst du mal unser stinkendes Ziegenkäse-Imperium weiterführen. Ich sehe dich schon als stinkendemes Ziegenkäse in die Geschichte eingehen. Vergiss es. Wir haben keine Euro-Stücke mehr, erklärt Papa. Kannst du mal zu Schnieders Stand gehen und welche tauschen? Zu wessen Stand? Zu dem Öko-Stand mit Gemüse und Kuhprodukten am anderen Ende vom Markt. Der mit dem grünen Dach. Bei dem Gedränge bis zum anderen Ende des Marktes zu gehen, das dauert sicher zehn Minuten. Eine Auszeit, die ich mir nicht nehmen lasse. Ich will Kopftuch und Schürze ausziehen, aber Papa zerstört all meine Hoffnung auf zehn Minuten Normalität, indem er mir zu meinem dämlichen Outfit auch noch ein Schild um den Hals hängt. Hat Mama gebastelt, damit du ein bisschen Werbung machen kannst, sagt er glücklich. Süß, die kleine Bäuerin von der Ziegenmühle. Um meinen Hals baumelt ein Pappteil mit einer Horde debilgrinsender Ziegen, die um einen überdimensionalen Käse tanzen. Ich werde unter keinen Umständen, setze ich an. Doch Papa hat einen kleinen Rest kapitalistischen Denkens im Hinterkopf behalten und unterbricht mich mit schlagenden Argumenten. Fünf Prozent der Tageseinnahmen für dich. Kopfrechnen ist nicht meine Stärke, aber jetzt rattert mein innerer Taschenrechner auf Hochtouren. Ich überschlage, wenn wir weiter in dem Tempo der ersten zwei Stunden verkaufen, dann werden wir einen Tagesumsatz von mindestens 1500 Euro zusammenbekommen. Das sind, ratterratterratter, 75 Euro für mich. Das sind 75 Euro hin zu meinem Kleid. Ich bin sowas von käuflich, Günther. Papa verzieht das Gesicht. War doch nur ein Scherz, Papa. Ich drücke das dämliche Werbeschild zärtlich an mich, rücke das Kopftuch gerade, streiche die Schürze glatt, setze mein werbewirksamstes Lächeln auf, schlängle mich durch die Leute und beschreibe jedem, der mich beachtet, den Weg zu unserem Stand. Je mehr Kunden, desto mehr Kohle für mich. Durch die Menschenmassen kann ich das grüne Dach vom Kuh- und Grünzeugstand erkennen und als ich näher komme, sehe ich ein Schild Ökohof Schnieders. Auch hier ist die Hölle los. Ich muss mich durch die Kaufwütigen quetschen, um an den Rand der Gemüseauslagen zu kommen. Als ich es geschafft habe und mich bei den Verkäufern bemerkbar machen will, staune ich nicht schlecht. Die kenne ich doch. Das ist die Kelly-Family vom Grenzhof. Vater Kelly winkt mich hinter den Stand. Der Mob brummelt mir ein paar Verwünschungen hinterher. Dann bin ich zwischen Apfel- und Birnkisten in Sicherheit. Hela, komm mal, das ist die Tochter vom Günther, ruft Vater Kelly und fügt zu mir gewandt hinzu. Ich bin der Kalle. Als wenn vor ihrem Stand nicht drei Schichten Kunden kleben würden, lässt Mutter Kelly ihre milchbezahnte Brut allein mit der Horde und es sich nicht nehmen, die Ziegentochter persönlich in Augenschein zu nehmen. Günther hat schon so viel von dir erzählt, freut sie sich und findet, was für ein süßes Werbeschild. Ich brauche Kleingeld, erkläre ich. Was macht denn die Schwangere? fragt Kalle. Günther hat ja richtig Lampenfieber wegen der ersten Hausgeburt. Danke, der Ziege geht es gut. Es ist noch drin, erkläre ich. Also, uns sind die Euro-Stücke ausgegangen und wenn er nicht klarkommt, soll er anrufen. Sag ihm das. Wir sind rund um die Uhr für ihn und sein Goldstück da, sagt Kalle. Geburten sind Kalles liebstes Hobby, fügt Hela hinzu und gibt ihrem Waldschrat einen Kuss. Und Benjamin ist der Beste, wenn Komplikationen auftreten. Also, ich habe hier 20 Euro. Wenn sie die in Münzen... Du kannst doch du zu uns sagen. Wir heißen Kalle und Hela. Wir sind doch alle auf Augenhöhe. Also, mein Vater braucht wirklich dringend... Mensch, kennt Ellen schon unsere neue Birnsorte? fragt Helen. Die musst du probieren, Ellen. Die ist so süß und saftig. Benjamin? Wo ist der denn? Am Transporter. Nachschub holen, weiß Kalle. Benjamin, komm mal und bring eine von den Neuen mit. Eine schöne Dicke. Der Benjamin gibt dir gleich Kleingeld. Aber nicht, ehe du die Birne probiert hast, lacht Kalle. Und bevor er und Hela sich zurück an die Kundenfront begeben, fügt er noch hinzu. Komm uns doch mal besuchen. Wir freuen uns. Und die Kinder auch. Hm. Ich überlege, ob ich die Schnee das freie Sekunde nutzen soll, um schnellstens aus dieser heilen Ökowelt zu fliehen, denke dann aber an meine 5%. Ohne mitgebrachtes Kleingeld ist der Deal mit Sicherheit hinfällig. Also harre ich aus. Bis eine Birne um die Ecke kommt und hinter ihr der langhaarige Sohn der Familie erscheint. In Pumphosen und einem weiten, beigen Hemd, das aussieht, als würde es scheußlich kratzen. Alberta. Nee, Ellen. Nee, Alberta. Der spinnt. Eindeutig. Du, Benjamin. Ich, Ellen. Versuche ich es mit der Tarzan- und Jane-Methode. Das, Alberta, sagt er grinsend und streckt mir die Birne entgegen. Jede Sorte hat einen Frauennamen. Oh, aha, ja. Probier mal. Ich nehme die Birne und beiße ab. Ein saftiges, süßes Geschmackserlebnis erfüllt meinen Mund. Lecker. Kalle züchtet seit 25 Jahren daran. Jetzt ist sie perfekt. Hat er die schon patentieren lassen? Ich meine, mit so einer Birne. Das wird der Marktrenner. Benjamin schüttelt den Kopf. Wir verkaufen sie nur hier. Sie ist etwas Besonderes. Mittelalter, wie konnte ich das nur vergessen? Ich bräuchte jetzt echt dringend die Euros, bleibe ich trotzdem bei meinem Lieblingsthema. Er zaubert sie aus der Pumphosentasche und gibt sie mir gegen den Schein. Na bitte, das ist doch auch ein Tauschgeschäft. Den Rückweg lege ich so schnell wie möglich zurück, verheddere mich allerdings im Gedränge mit meinem Schild an einem Zwillingskinderwagen. Irgendjemand schreit. Die Babys sind es nicht. Und auch die Mutter ist seelenruhig damit beschäftigt, Schild und Wagen voneinander zu trennen. Wer schreit, ist jemand am Stand für Nüsse und Kerne. Ein jemand, der dem Nüsse- und Kerneverkäufer jetzt erbost etwas entgegenhält. Schon wieder ab, erklärt er aufgebracht und erntet ein Seufzen aus drei kirschrot bemalten Mädchenmündern. Der, der schreit, ist niemand anders als Mr. Ich drängle mich beim Zahnarzt vor und sammle Frauenherzen lang Bein. Unwillkürlich duke ich mich. Die Zwillingsmutter stöhnt auf. Oh, jetzt ist wieder alles verkantet. Ich werfe ihr ein entschuldigendes Lächeln zu. Die Zwillinge fangen doch noch an zu schreien. Um uns herum weichen die Passanten zur Seite und bilden eine wahrhaftige Bühne. Auftritt Rotkäppchen und das böse Pappschild. Mr. Widerzahnlos wendet seinen Kopf und Hey, was soll das? Die Zwillingsmutter zieht an meinen Schultern, aber ich halte dagegen. Mein Kopf steckt zwischen Baby 1 und Baby 2 in frisch gewaschenen Kissen. Meine beiden Ohren werden synchron vollgeschrien und in meinem Kopf formiert sich ein seltsamer Gedanke. Wieso um alles in der Welt veranstaltest du so ein Theater, nur damit Mr. Widerzahnlos dich so nicht sieht? Da bist du ja endlich, grinst Papa. Als sich hinter mir die Zwillingsmutter samt plerrender Brut aufbaut, fällt sein Grinsen allerdings in sich zusammen. Ihre Tochter wollte meine Kinder beißen. Küssen, berichtige ich. Papa ist völlig verdattert und ich zucke mit den Schultern. Sie waren so süß, da wollte ich einfach nur ein bisschen Babyduft schnuppern und, naja, ein Küsschen geben. Sie können von Glück reden, dass sich keins meiner Babys verletzt hat, zittert die Frau weiter. Sagen Sie ihrer Tochter, sie soll sich von uns fernhalten. Seit wann stehst du auf Babys? fragt Papa verwundert. Ich zucke mit den Schultern, nur im Doppelpack. Wir grinsen uns an und mich durchflutet eine Welle von eindeutiger Papa-Liebe. Wenn er mit seinem Bart und seinem karierten Hemd nicht so uncool aussehen würde, ich würde ihn in diesem Moment glatt zum coolsten Daddy der Welt küren. Er weiß, dass ich nichts Schlimmes gemacht habe. Er kapiert, dass es meine Sache ist und ich nicht weiter drüber reden will. Er hat Vertrauen zu mir und mischt sich nicht ein. Papa schmilzt unter meinem bewundernden Blick sichtlich zusammen. Gemein, aber effektiv nutze ich seinen schwachen Moment und werde noch einmal meine Frage los. Papa, was stand denn jetzt in dem Brief vom Bürgermeister? Die Schmelze stoppt wegen plötzlicher Eiszeit. Papa strafft sich und legt die Hände wie ein Trichter um den Mund. Kommen Sie, meine Damen und Herren, hier gibt es den original Mühlenziegenkäse. Jetzt und nur heute im Angebot für unglaubliche 4,50 Euro. Der Marktschreier hat Erfolg. Der Stand wird prompt umringt und die Kasse klingelt. Wir wollen doch noch ein bisschen deinen Anteil aufbessern, oder? flüstert Papa mir zu. Also los, in Spurt! Die Schnieders sind gekommen, um sich Charlotte anzusehen. Danach lädt Mama die ganze Sippe ein, den Abend über zu bleiben. Und Papa verkündet, dann machen wir ein schönes Lagerfeuer auf der Westwiese. Papa hat die deformierte Geige ausgepackt und lässt den Bogen drüber sausen. Wir singen, oder besser gesagt, die anderen singen. Ich hocke mit verkniffenen Lippen am Lagerfeuer und frage mich zum tausendsten Mal, ob ich nicht vielleicht doch bei der Geburt vertauscht worden bin. Das wäre zwar ein echtes Wunder, immerhin war es eine Hausgeburt, aber es ist auch schier unmöglich, dass ich dieselben Gene in mir trage wie Mama und Papa. Was sollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was sollen wir trinken? Wir haben Durst, schmettern alle im Chor. Selbst Marianne, die, der Party zuliebe, eine Heulpause eingelegt hat. Sogar die Schnieders Kinder. Bei denen wundert es mich nicht mal, dass sie die alten Hippie-Songs mitsingen können. Wer Pumphosen trägt, der hat von Britney Spears mit Sicherheit noch nie gehört. Kalle springt auf, schnappt sich seine kleine Tochter Susi, setzt sie sich auf die Schultern und vollführt mit ihr einen eingeborenen Tanz ums Feuer herum. Papa wirft die Sandalen ab und folgt ihm in Verrenkung. Dann Mama, Hella, Nette, die mittlere der Schnieders Kinder, Marianne. Und am Ende auch noch Benjamin. Sie tanzen um das Feuer rum wie ein unter Drogen gesetzter Stamm aus Wacker-Wackerland. Wenn das mal morgen kein Regen gibt. Tanz mit! Papa versucht, mich in den Stand zu ziehen. Ich knurre ihn böse an und verschränke die Arme vor der Brust. Im Leben nicht! Ich beschließe, klammheimlich zu verschwinden. Der beste Platz zum Verschwinden ist in der Nähe vom Mühlrad. Zwischen meterhohen Brennnesseln habe ich eine Schneise geschlagen, die bis zur Biegung des Flusses reicht. Dort lichtet sich das Unkraut unter einer ausladenden Trauerweide, die fast wie ein Haus Schutz bietet, sogar gegen Regen. Heute gegen Öko-Eltern und Schnieders. Die Äste der Weide hängen bis in den Fluss hinein. Also setze ich mich ans Ufer, ziehe die Sandalen aus und lasse die Füße ins kühle Nass gleiten. Wenn der Bürgermeister hier sein Luxushotel eröffnen würde, könnte er das glasklare, frische Wasser in die Wellness-Oase umleiten. Ins Tauchbecken der Saunalandschaft, in den Pool unter einer gigantischen Glaskuppel, zu den Fußbädern und Regenduschen. Ganz in Marmor würden die Anlagen sein, glänzend, hygienisch einwandfrei, einfach vom Feinsten. The German Wonder würde natürlich eine lebenslange Freikarte bekommen. Nicht etwa, weil sie einmal genau an diesem Flecken Erde zwischen Ziegen und Stachelbeersträuchern gewohnt hat, sondern weil sie ein Magnet für Gäste ist, der Pomi schlechthin. Paparazzi verstecken sich mit Bademänteln getarnt im Dampfbad und machen Jagd auf ihre Bikini-Figur. Sie lassen sich nicht abschütteln, also nimmt das German Wonder sie in Kauf, während es seinen exklusiven Cocktail schlürft und in seinen Blackberry die neuesten Shootings eingibt. Montag London, Dienstag Miami, Mittwoch Paris und morgen. Was um alles in der Welt steht morgen an? Morgen spiele ich auf der Kundgebung mit meiner Band. Ich falle vor Schreck fast kopfüber in den Fluss. Ich habe laut gedacht, Benjamin, er steht keine zwei Meter entfernt und grinst. Wieso fragst du? Wolltest du uns besuchen kommen auf dem Grenzhof? Nee. Wellness-Oase, Marmor und Blackberry verschwinden und machen Platz für die Wirklichkeit. Schön Fleck Erde hast du hier, findet Benjamin. Ich habe auch so einen Platz bei uns im Wald, eine Lichtung. Manchmal lege ich mich da stundenlang hin und denke. Und an was? An alles Mögliche. Wie man den Regenwald retten könnte, ohne dass die ganzen Holzfäller arbeitslos werden. Und wie man die Ölkonzerne besser kontrollieren könnte, damit nie wieder eine Ölpest die Tiere tötet. Und wie man diesen Mistkerl von Büh... Aha! Ich seufze lauthals. Er guckt mich an mit zusammengezogenen Augenbrauen. Wir haben nicht so viel gemeinsam, was? Nicht besonders viel. Ich dachte, also, weil du auch auf einem Hof, naja, weil deine Eltern so... Aber du bist nicht wie sie. Worauf du Gift nehmen kannst. Er schweigt eine Weile. Dann zieht er die Füße aus dem Wasser und erklärt. Ich gehe wieder zu den anderen. Kommst du mit? Ich schüttle den Kopf. Er dackelt ab. Ich hole tief Luft, schließe die Augen und versuche, um mich herum wieder das Marmor der Wellness-Oase auf erstehen zu lassen. Klappt aber nicht. Meine Füße fühlen sich an wie überdimensionale Eiswürfel. Und der Wind hat sich so gedreht, dass der Gestank aus dem Ziegenstall genau unter meine Weide weht. Na, ganz toll, maule ich und mache mich ebenfalls auf den Weg zurück zum Feuer. Meine Füße brauchen dringend Wärme. Sie singen schon wieder. Besser gesagt, sie grölen. Zumindest die Erwachsenen. Denn mittlerweile hat Papas selbst gebrautes Bier die Runde gemacht und die Kehlen gelockert. Die beiden Schnieders Mädchen haben sich zwischen ihren Eltern zusammengerollt und pennen. Benjamin hockt am Feuer und starrt verdrossen in die Flammen. Ich setze mich auf die andere Seite, um nicht ein neues Gespräch heraufzubeschwören. Er stochert mit einem Stock in der Glut. Ich stochere mit einem Stock in der Glut. Und auf einmal lodert eine gigantisch hohe Stichflamme auf. Ich starre durch die Flamme hinweg auf Benjamin. Ein komisches Bild ist das. Er leuchtet. Seine langen Haare erstrahlen in Orange und Rot. Sein Gesicht ist golden und sein Lächeln sprüht Funken, als er es mir durch die Flammen hindurch schickt. Im nächsten Moment ist das Bild weg. Dicke Tropfen prasseln auf mich ein. In Sekundenbruchteilen ist das Feuer gelöscht und unser Lagerplatz durchweicht. Wir können gar nicht so schnell rennen, wie das Gewitter uns überfällt. Der Blitz hat eingeschlagen. Irgendwo. Es brennt. Lichterloh. Überall Flammen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wasser muss her. Jemand schreit. Ich haste von links nach rechts. Überall Flammen. Da. Umrisse. Jemand bewegt sich. Und schreit. Ich starre durch die Flammen hinweg. Das ist Benjamin. Er leuchtet. Seine langen Haare erstrahlen in Orange und Rot. Sein Gesicht ist golden. Er brennt. Er schreit. Ich schrecke auf. Nass geschwitzt. In der ersten Sekunde raffe ich. Ich bin wach. In der zweiten. Der Regen prasselt immer noch auf die Dachfenster über mir. In der dritten. Okay. Es war alles nur ein Traum. Kein Feuer. Keiner brennt. Alles nur ein böser Albtraum. Zu viel Ziegenpropos, Schnieders und Tofuwurst an einem Tag. Kein Wunder, dass ich da schlecht träume. Ich tapere in die Küche, um im Kühlschrank nach irgendetwas, das nicht aus Ziegenmilch besteht, zu forschen. Ich finde einen Rest Kartoffelsalat, setze mich im Dämmerlicht in die Nische am Kachelofen und beginne zu löffeln. Aus dem Stapel mit Altpapier zum Ofen anzünden ziehe ich eine Zeitung und blättere darin herum. Stadtrat verabschiedet Umsetzung von Touristenattraktionen. Bürgermeister Rommerskirchen sagt dem Ort eine blühende Zukunft voraus. Ich muss grinsen. Touristen sind gut. Wo Touristen sind, da gibt es viele Läden. Und ein paar mehr Boutiquen könnte unser Ort wirklich noch vertragen. Ich blättere weiter, lese mich durch die Todes- und Kleinanzeigen und stoße plötzlich auf etwas, das nicht in diese Zeitung gehört. Es ist kein Werbeflyer. Es ist keine Fernsehzeitung. Ich erkenne es sofort am Wappen auf dem Briefbogen. Es ist, ich fasse es nicht, der Brief vom Bürgermeister. Das sieht Papa wieder mal ähnlich. Alles, was ihm nicht passt, kommt mit dem Altpapier in den Kamin und löst sich in Rauch auf. Ich überfliege das Schreiben im Sturzflug. Sehr geehrter Herr Merkenich, betreffend Ihrer Mühle, bla bla bla, in unserem Archiv aufgetaucht, Schriftstück, rechtmäßiger Eigentümer ist die Stadt, Ihr Kauf nicht rechtmäßig. Ich schnappe nach Luft und ahne, dass diese Zeilen eine echte Chance auf ein besseres Leben für mich in die Zukunft geschrieben haben. Als ich die Augen aufschlage, blendet mich die Sonne. Das Gewitter ist vorbeigezogen und ein Blick aus dem Fenster bestätigt, bestes Ferienwetter. Ein Wetter, bei dem Tine und Biene mit Sicherheit ins Freibad wollen. Aber ich will woanders hin und zücke das Handy. Tine, heute fällt Schwimmbad mal aus. Heute kommst du mit mir auf Detektivsuche. Hä? Ich berichte ihr in kurzen Sätzen von meiner Entdeckung. Der Bürgermeister behauptet, das Grundstück, auf dem unsere Mühle steht, kann gar nicht Papa gehören. Aber er hat es doch gekauft. Aber er hätte es nicht kaufen dürfen, weil der Alte, von dem er es gekauft hat, es gar nicht hätte verkaufen dürfen. Hä? Im Brief steht, es hat ihm nicht rechtmäßig gehört. Bei Tine fallen die Groschen. Und jetzt willst du herausfinden, ob das stimmt? Ja klar, ich will auf Nummer sicher gehen, weil, wenn es stimmt, dann müssen wir hier wegziehen. Und dann ziehen wir zurück in den Ort und dann kann ich wieder einfach so bei dir oder Biene vorbeikommen. Ich muss mehr Beweise finden. Die kann ich dem Bürgermeister dann anonym zuspielen und dann... Einverstanden. Ich springe unter die Dusche und beeile mich, zum Frühstück zu kommen. Papa kaut an seine Müsli, Mama sitzt kopfschüttelnd vor ihrem Getreidekaffee. Was ist? Frage ich. Marianne ist weg. Papa kann sich ein erleichtertes Grinsen nicht verkneifen. Sie ist einfach zu ihm zurückgegangen, fügt Mama immer noch kopfschüttelnd hinzu. Sie liebt den Typen halt. Pfff, Mama schnaubt verächtlich. Nach allem, was sie mir von ihm erzählt hat, ist er ein Riesen... Renoceros. Tja, wo die Liebe hinfällt, mein Papa, und wirft mir dabei einen ziemlich schrägen Blick zu. Was? War's schön gestern? Der Regen? Als du mit Benjamin spazieren warst. Ich war nicht mit ihm spazieren. Er hat mich an meinem Lieblingsplatz gestört. Und? Was und? Er ist nett, oder? Mischt sich jetzt auch Mama in das Kreuzverhör ein. Er ist ein langhaariger, uncooler Öko, erkläre ich. Klar, sowas wäre euer bevorzugter Schwiegersohn. Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Kein Interesse. Nada. Nix. Niente. Ich entscheide, dass es Zeit ist, das Thema zu wechseln. Sag mal, Papa, dieses Hutzelmännchen, von dem du die Mühle gekauft hast, wo ist der eigentlich hingezogen? Papa stutzt. Wieso interessiert dich das? Nur so, also, ich hab mich gefragt, wo Öko-Heinis wie ihr so hinziehen, wenn sie alt sind. Gibt es da spezielle Altenheime für Ökos oder sowas? Papa grinst. Nein, die gibt es nicht. Und soweit ich weiß, ist Herr Parsikus in den Ort zurückgezogen. Parsikus, das ist schon mal eine gute Information. Irgendwo zur Untermiete. Ich meine, er hat was von der Kreuzstraße erzählt. Nette Gegend, fällt Mama ein. Ich weiß noch, wie schwer es ihm gefallen ist, die Mühle aufzugeben. Aber sein Rücken hat einfach nicht mehr mitgemacht. Ich hab ihm damals angeboten, dass er jederzeit zu Besuch kommen kann. Aber er wollte nicht. Komisch. Ich hab ihn nie wieder gesehen. Tine und ich klingeln uns durch die halbe Straße. Niemand hat jemals was von einem Herrn Parsikus gehört. Aber in einem ziemlich verwitterten Haus, das nur über einen verwilderten Garten zu erreichen ist, öffnet uns eine alte Frau. Sie trägt die langen Haare zu zwei grauen Zöpfen geflochten und guckt durch uns hindurch. Entschuldigung, wir suchen nach Herrn Parsikus, erkläre ich. Sie streckt die Hand aus, toucht mir auf den Kopf, greift dann nach Tines Frisur, nickt und verschwindet im Haus. Die ist verrückt, flüstert Tine mir zu. Die ist blind, erkläre ich. Aber irgendwas scheint sie zu wissen. Wir luken in den dunklen Flur, bis die Alte zurück ist. Sie trägt ein hölzernes Kistchen mit schmiedeeisernem Verschluss in der Hand und streckt es in unsere Richtung. Das ist für dich. Ähm, nein, nein, wir wollten nichts abholen. Wir wollten nur wissen, ob sie einen gewissen Herrn Parsikus kennen. Das ist von ihm. Sie fuchtelt mit dem Kistchen rum, bis ich es ihr abgenommen habe. Aber ich, das muss ein Missverständnis sein. So hat er es mir aufgetragen. Herr Parsikus? Wohnt er hier? Er hat hier gewohnt. Keine drei Monate lang. Dann ist er gestorben. Ein Herzeleid. Er hat gesagt, wenn jemals eine junge Dame nach mir fragt, dann gib ihr das. Und das habe ich hiermit getan. Sie winkt ins Ungefähre und schließt die Tür. Tine zuckt mit den Schultern. Mach auf! Ich zerre an dem Vorhängeschlösschen herum, aber es ist nicht zu öffnen. Ohne Werkzeug geht das nicht. Tine grinst. Dann lass uns zum Marktplatz gehen. Dort hatten wir ein paar tätowierte Arbeiter in Unterhemden gesehen, die begonnen hatten, eine Bühne zusammenzubauen. Vielleicht konnten wir die nach einem Hammer fragen. Die tätowierten Herren im Unterhemd sind weg. Statt ihrer steht ein verzottelter Mann mit langem Bart und Sonnenblume in der Hand auf der Bühne und krakelt ins Mikrofon. Wollt ihr, dass unser Marktplatz seine Linde verliert? Nein, rufen mindestens hundert Leute, die sich vor der Bühne versammelt haben. Wollt ihr, dass die Natur aus unserer Stadt weicht und Platz macht für Profit und Protz? Nein. Wollt ihr, dass der Bürgermeister gewinnt und die Linde zugunsten seiner modernen Kunst stirbt? Nein. Ich werfe einen Blick auf die riesige, uralte Linde, die ihre Äste weit über den Marktplatz streckt. Ist schon schön. Hm. Und spendet Schatten, wenn man im Eiskaffee sitzt. Hm. Fände ich schon gut, wenn die da bliebe. Hm. Ich werfe einen irritierten Blick auf Tine. Kannst du auch noch was anderes als hm sagen? Hm. Sie kann nicht. Und der Grund steht keine zehn Meter entfernt und zieht sich gerade die schlapprige Jeans über die knochigen Hüften. Tine starrt wie paralysiert auf Julian, als habe sie ein Alien gesehen. Wer ist die? Ich folge ihrem fassungslosen Blick und erkenne den Grund für Tines Starre. Julian ist nicht alleine. Und das blonde, schlanke, hübsche Ding, das da an seinem Arm hängt, ist definitiv nicht seine Mutter. Los. Tine nimmt mich an der Hand und zieht mich Richtung Julian und Anhang, die sich gerade zur Bühne begeben. Wir stellen uns so dicht hinter die beiden, dass wir ihr Gespräch belauschen können. Schön, dass wir uns endlich sehen können, erklärt die Blonde. Ich vermisse dich immer so. Ich dich auch, seufzt Julian. Es ist echt so doof, dass wir uns nicht öfter treffen können. Ohne dich fehlt mir irgendwie was. Es ist so, als wenn ich nur halb wäre. Verstehst du? Ja, mir geht es genauso. Ich... Ihre Worte werden von einem ohrenbetäubenden Quietschen verschluckt. Auf der Bühne hat sich jemand das Mikrofon geschnappt und einen technischen Overkill zustande gebracht. Test, 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 plappert dieser Jemand jetzt ins Mikro. Und dieser Jemand ist niemand anders als Benjamin Schnieders. Wir sind die Band Anti, erklärt er. Das steht für Antifaschismus, Antikapitalismus und als Anti gegen alle, die die Welt und die Menschen zerstören wollen. Wir sind dagegen, dass diese Linde den Kapitalistenschwein zum Opfer fällt. Und deswegen singen wir jetzt gegen sie an. Immerhin hat er heute keine Pumphose, sondern eine halbwegs passable Jeans an. Die Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden. Und wenn er nicht so ein komisches, weites Hemd tragen würde, sähe er da oben auf der Bühne gar nicht so übel aus. Ich bin so mit Kucken beschäftigt, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass Tine jede Menge Tränen die Wangen herunterlaufen. Sie zieht mich außer Julians Hörweite. Er hat eine andere. Ich komme zu spät. Ich habe all die Zeit umsonst gehofft. Ich dumme Kuh, ich... Ihr Satz geht in Schluchzen unter. Zum Glück ist die einsetzende Musik so laut, dass keiner Tine hören kann. Bässe, Schlagzeuge und Benjamins Gitarre schrillen so wild durcheinander, dass es einem das Trommelfeld zerfetzt. Aber dann setzt Gesang ein. Benjamins Stimme schneidet wohltuend eine schneise Musikalität in das Instrumentengetöse. Sanft und trotzdem bestimmt singt er. Ohne schiefe Töne, mit ganz viel Gefühl gegen alles an, was ihm an der Welt nicht passt. Flatsch! Eine große, tiefrote Tomate trifft Benjamin an der Stirn und wird zu Ketchup. Er erstarrt. Die Band erstarrt. Ein Moment lang herrscht unheimliche Stille. Dann schallt plötzlich wieder Benjamins Stimme über den Platz. Jetzt erst recht, sagt sein Gesichtsausdruck. Flatsch! Ein zweites Geschoss. Diesmal hat es den Bassisten erwischt. Ich verfolge die Flugbahn zurück und lande bei einer Gruppe Jungs mit grinsenden Gesichtern. Eins der grinsenden Gesichter kenne ich. Ein grinsendes Gesicht mit einem wiederhergestellten Zahn. Einer seiner Kumpels legt sich ein weiteres Geschoss in der Hand zurecht. Mister, nicht mehr zahnlos, guckt gewollt zufällig in eine andere Richtung, als die Bombe fliegt. Flatsch! Diesmal hat es Benjamins Kinn erwischt. Aber ehe eine weitere Tomate in Stellung gehen kann, tauchen zwei von den muskulösen Typen in Unterhemd auf und schnappen sich den Werfer. Sie nehmen ihn links und rechts, schieben ihn durchs Gedränge und führen ihn unter Buhrufen, gemischt mit ebenso viel Beifall aus der Menge. Das Konzert ist vorbei. Benjamin springt von der Bühne. Hast du mal ein Tempo? fragt er. Tine kichert. Und ich krame in meinem Rucksack herum, bis ich unter dem Holzkistchen von Herrn Parsikus ein Taschentuch gefunden habe. Hier. Benjamin wischt sich die Tomatenstückchen aus dem Gesicht und grinst. Ich mag das. Wie bitte? Tine zeigt ihm einen Vogel. Ich mag das, wenn die Leute sich richtig über uns aufregen. Dann bewirkt es wenigstens was. Benjamin wendet sich an mich. Wie fandest du uns? Hm. Ich zucke mit den Schultern. Benjamin hat die Tomate halbwegs aus dem Gesicht gekratzt und wird von einem Typen angesprochen. Mensch, das war ein toller Song. Benjamin ist sofort in ein Gespräch über Umweltschutz verwickelt und ich ziehe Tine weg, bevor ich wie bestellt und nicht abgeholt in der Gegend herumstehe. Sag bloß, du magst ihn, fragt Tine sensationslüstern. So ein Öko? Wie kommst du denn darauf? Er ist der Typ, den du dir ausgeguckt hast. Gib es zu. Nein. Tine verschränkt die Arme vor der Brust und seufzt. Er ist es und du willst es nicht zugeben, weil es dir peinlich ist. Er ist es nicht? Wer ist es dann? fragt Tine streng. Der. Mein Zeigefinger fliegt nach vorne. Nur aus dem Augenwinkel habe ich sie kommen sehen. Zwei tätowierte Typen im Unterhemd, beide mit betretener Mine. Hinter ihnen triumphierend, Mr. nicht mehr zahnlos, gerade im richtigen Moment auf der Bildfläche erschienen. Auf ihn deutet mein Finger. Der? Tines Augenbrauen ziehen sich interessiert hoch. Ich nicke heftig. Schon besser, findet Tine. Der hat was. Zu Hause angekommen, pfeffere ich mein Rad in die Brennnesseln, husche in den hinteren Teil des Stalls, der als Papas Basteloase dient, und schnappe mir den Werkzeugkasten. Mit dem hölzernen Kistchen unter dem einen und dem Werkzeugkasten unter dem anderen Arm verziehe ich mich an meinen Lieblingsplatz. Ich setze mich im Schatten der Weide in den Schneidersitz, suche nach einem passenden Werkzeug und entscheide mich für Hammer und Meißel, lege die Kiste so hin, dass das Vorhängeschlösschen auf einem Stein liegt, und schlage zu. Klick, klack, das Schloss ist geöffnet. Mein Herz pocht, als würde ich in ein fremdes Haus eindringen. Ich klappe langsam den Deckel hoch. Was für ein Sammelsurium! Ein Schnuller, dessen Sauger mit den Jahren brüchig und unbrauchbar geworden ist. Ein winziger Büschel blondes Haar, zusammengehalten von einer rosa Schleife. Ein Foto von einem Baby, das ausgelassen in die Kamera lacht. Eine Heiratsurkunde. Samuel und Anita Parsikus. Ein Briefumschlag. Ich ziehe ihn hervor. Für Valerie steht vorne drauf. Und als ich ihn öffne, finde ich einen handschriftlich verfassten Brief. Meine liebe Tochter, Wenn du diese Zeilen liest, dann bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Dann bin ich, wenn es ihn gibt, bei ihm, und hoffe, dass er mich von dort aus endlich einen Blick auf dich werfen lässt. Ich habe all die Jahre so gehofft, dass du mich suchen und finden würdest, dass ich irgendwann an deinem Leben teilhaben könnte, dass ich mit dir sprechen könnte über alles, was passiert ist. Du warst noch so klein damals. Du konntest noch nicht mal krabbeln und nicht verstehen, was ich dir erklärt habe in dieser Nacht. Mit großen Augen hast du mich angeschaut, ganz ernst. Und ich habe geweint. Weil es keinen anderen Weg gab, um dich in Sicherheit zu bringen. Weil es mir das Herz gebrochen hat, dich gehen zu lassen. Aber ich wusste, dass sie kommen würden, um mich abzuholen. Sie haben uns alle abgeholt. Auch die Kinder. Aber für dich sollte es ein anderes Schicksal geben. Darum hast du eine zweite Identität bekommen, als ich dich, Frau Seiling, in die Arme gelegt habe. Sie und ihr Mann haben sich so sehr ein Kind gewünscht und ich mir für dich ein Leben ohne all das Leid, das unser Volk ertragen musste. Es war die richtige Entscheidung. Als wir ankamen, haben sie die Kinder sofort weggebracht und niemand hat sie je wiedergesehen. Die Frauen verschwanden wenig später und die Männer nach und nach, als sie zu schwach wurden, um zu arbeiten. Ich war stark. Ich habe durchgehalten bis zum Schluss, bis sie kamen, um uns zu befreien. Ich frage mich oft, ob sie es dir gesagt haben, dass deine Mutter gestorben ist, als sie dich geboren hat, dass dein Vater dich abgegeben hat, weil er in seiner Not keinen anderen Ausweg sah, dass deine Eltern dich über alles geliebt haben. Ich habe nie den Mut gefunden, dich zu suchen, um dir die Wahrheit zu sagen. Ich wollte nicht zerstören, was du vielleicht hast. Ein sorgenfreies Leben, eine glückliche Familie, ein Leben ohne offene Fragen und ungestillte Sehnsüchte. Vielleicht lebst du noch in Berlin. Vielleicht hast du Kinder. Vielleicht bin ich Großvater. Sogar Urgroßvater. Allein der Gedanke macht mich glücklich. Ich gehe nicht bitter von dieser Welt, weil ich weiß, dass du in ihr lebst. In inniger Liebe, dein Vater. Samuel Parsikus Etwas tropft auf den Briefbogen. Es ist eine Träne. Ich schniefe, wische mir über die Augen und seufze. Dieser Brief war nicht für mich bestimmt. Die junge Dame, die das Kistchen erhalten sollte, dürfte mittlerweile eine ältere Frau sein. Ich lege den Brief wieder zurück, als mir noch ein Umschlag auffällt. Ich öffne ihn, finde eine uralte Urkunde und bin fassungslos, als ich sie lese. Hier steht es schwarz auf weiß. Parsikus hatte die Mühle seinerzeit rechtmäßig von einem gewissen Bauer Kunze abgekauft, im Besitz von dessen Familie die Mühle seit Urgedenken war. Stempel, Siegel, Unterschrift. Wenn das keine Fälschung ist, folgere ich messerscharf, dann ist der liebe Herr Bürgermeister gerade dabei, eine faule Nummer mit meinem Vater abzuziehen. Im ersten Moment will ich aufspringen und Papa sofort von der Falle erzählen. Im zweiten Moment allerdings habe ich meine Impulse wieder unter Kontrolle. Ich wäre ja verrückt, wenn ich mein Wissen weitergeben würde. Ich muss grinsen. Wie gut, dass nur ich das weiß. Wie gut, dass ich es war, die die Kiste bekommen hat. Wie gut, dass ich die Besitzurkunde jetzt einfach so verschwinden lassen kann. Wie gut, dass ich etwas dafür tun kann, dass wir schon sehr bald wieder wie alle anderen in einer schicken Wohnung mitten im Ort wohnen. Ich stopfe die Urkunde zurück in die Kiste, lege mich auf den weichen Uferboden, schließe die Augen und versuche, mir mein neues, süßes Leben als Frau von Welt genauestens auszumalen, bis mich eine schwere, zufriedene Müdigkeit überfällt. Hallo? Ist da jemand? Kann mich jemand hören? Ja, ich. Benjamin? Was willst du denn hier? Ich protestiere. Wogegen denn jetzt schon wieder? Gegen dich. Gegen mich? Aber wieso denn bloß? Das weißt du nicht? Nein, keine Ahnung. Du hast die Kiste aufgemacht und jetzt tust du so, als ginge dich die Sache nichts mehr an. Aber es geht mich doch auch nichts an. Aber selbstverständlich tut es das. Du bist die Einzige, die was machen kann. Ich habe hier zu tun. Siehst du das nicht? In der Gegend rumstehen? Warten? Ich bin ein Model. Du bist blöd. Wie bitte? Ich wache auf, weil etwas entsetzlich an meiner Nase kitzelt und an meinem Ohr und an meiner Hand, an meinem Arm, an meinem Bein, überall. Scheiße! Ich lege mitten in einer Ameisenstraße. Sie sind überall und sie beißen. Ich springe auf, schüttle mich, klopfe an mir herum und schlage nach den Viechern. Aber es nützt nichts. Es sind zu viele. Also springe ich mit einem Satz in voller Montur in den Bach hinein. Er sauft ihr mal, denke ich, und seufze, als das kühle Wasser mich von meinen Angreifern befreit. Hi, Chicas! Rufe ich schon von Weitem. Tina und Biene haben ihre Handtücher bereits auf unserem Stammplatz ausgebreitet. Und? Wie ist die Aussicht? Frage ich. Noch nichts Interessantes in Sicht, erklärt Biene und wirft Tina einen ängstlichen Blick zu. Also, naja, Julian und diese, also dieses Mädchen, die sind noch nicht aufgetaucht. Und werden es hoffentlich auch nicht, erklärt Tina. Ich bin drüber hinweg. Über Nacht? Frage ich erstaunt. Ich habe drei Stunden geheult, eine Stunde getobt und nur vier Stunden geschlafen. Mehr ist er nicht wert. Ich werfe Biene einen schiefen Blick zu. Sie sieht aus, als würde sie Tines Blitzheilung genauso wenig trauen wie ich. Ich werde mich einfach in jemand anderen verleben. Wie immer, erklärt Tina. Und jetzt kümmern wir uns um dich, sie zeigt auf mich. Kümmern? Jetzt zeigt sie ins Getümmel hinter mir. Ich drehe mich um und entdecke in einer Traube von Schönheiten Mr. Wiederzahn. Das ist Ellens Auserwählter, erklärt Tina Biene. Ein Mann aus Fleisch und Blut. Aus was denn sonst? Frage ich. Na ja, wer weiß aus was. Orakelt Tina und Biene guckt nur starr vor sich hin. Bist du sehr verliebt? Fragt sie. Natürlich ist sie das, antwortet Tina an meiner Stelle. Und schon hat sie ein blütenreines Blatt hervorgezaubert und schreibt in Druckbuchstaben, die zehn besten Sprüche, mit denen Ellen ihren Mr. X anmachen kann. Der breitet sein Handtuch gerade keine 20 Meter von uns entfernt aus. Wie Blütenblätter um den Fruchtstand platzieren sich die Schönheiten um ihn herum. Das bringt doch nichts, erkläre ich. Der hat nun wirklich genug Auswahl. Du willst kneifen? Nur wegen der Konkurrenz? fragt Tina empört. Ähm, du doch auch. Meine Konkurrenz ist aber auch schon zum Zuge gekommen. Deine baggert noch. Also kannst du mitbaggern. Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Solange dein Mr. X noch keiner ausgewählt hat, bist du im Rennen. Und du wirst nicht denselben Fehler machen wie ich und so lange warten, bis es zu spät ist. Ich weiß echt nicht. Ich klappe. Tina zieht die Augenbrauen hoch und zückt den Stift. Also, fassen wir mal zusammen, was wir über Mr. X wissen, beginnt Tina geschäftig und erklärt Biene. Es gibt einen super Anknüpfpunkt, weil Ellen schon mit ihm gesprochen hat. Zweimal. Beim Zahnarzt. Zähne sind also ein gemeinsames Thema. Außerdem wissen wir, dass Mr. X nicht auf Ökos steht. Auch eine Gemeinsamkeit zwischen Ellen und ihm. Abgesehen davon, dass meine Eltern Ökos sind, werfe ich seufzend ein. Du musst ihm ja nicht gleich am Anfang deine Nachteile auf die Nase binden. Gib dich geheimnisvoll. Das zieht immer. Tina wirft Biene einen scharfen Blick zu. Stimmt es nicht, Biene? Die Geheimnisse sind in der Liebe ganz groß. Biene schaut mal wieder zu Boden und ich frage mich zum hundertsten Mal, was zwischen den beiden abgeht. Für Nachfragen bleibt bei Tines Aktivismus allerdings keine Zeit. Also, ich schreibe auf als Möglichkeit. Ellen passt einen guten Moment ab, in dem Mr. X nicht so umzingelt ist von anderen Tussis und fragt nach dem Befinden seines Gebisses. Dann allerdings verschlägt dir irgendwas die Sprache. Ich folge ihrem Blick und entdecke Julian und seine Flamme, die sich, um das Dreieck perfekt zu machen, in gleichem Abstand zu uns und Mr. X platzieren. Um Tines Blitzheilung ist es augenblicklich geschehen. Tränen steigen ihr in die Augen, die sie mit einem bitterbösen Gesicht zu verscheuchen versucht. Da ist der Idiot! Der Idiot und seine Flamme legen ihre Handtücher so dicht nebeneinander, dass sie sich unter allen Umständen berühren müssen. Sie plappern und lachen und tätscheln sich dabei dauernd auf den Armen herum. Los, geh hin und belausch, was die reden, befiehlt Tine Richtung Biene. Zwar macht Biene ein unbehagliches Gesicht, Widerspruch allerdings legt sie nicht ein. Sie dackelt gehorsam los. Ich würd jetzt wirklich langsam gerne wissen, was zwischen euch ist, erkläre ich. Zwischen wem? Jetzt tu nicht so! Du und Biene! Ihr macht einen auf Master und Sklave. Du behandelst sie wie einen Schwerverbrecher. Was hat sie gemacht? Nichts. Jetzt komm! Verarsch mich nicht! Tine runzelt die Stirn und seufzt schließlich. Sie hat was echt Mieses gemacht. Aber ich darf es dir nicht sagen. Du darfst es mir nicht sagen? Frage ich empört. Soll das heißen, ich muss für den Rest meines Lebens darüber nachdenken und vor Neugierde platzen? Tine nickt mitleidig. Das ist sowas von gemein. Das da ist gemein. Tine deutet wieder unauffällig zu Julian, der seiner Angebeteten gerade den Rücken eincremt. Zugegeben, Tine hat es im Moment noch ein klitzekleines bisschen schwerer als ich. Ich beschließe, ihren schlimmsten Liebeskummer abzuwarten und erst dann wieder nachzubohren, was Biene verbrochen hat. Die ist mittlerweile auf Spionageposten und spitzt die Ohren. Wieso willst du wissen, was die reden? Du machst es dir dadurch nicht gerade leichter, gebe ich Tine zu bedenken. Ich will einfach nur wissen, was das für eine ist. Was sie hat, was du nicht hast? Tine nickt und hat schon wieder Tränen in den Augen. Diesmal hat es dich ganz schön erwischt, was? Mehr als sonst? Wieder ein Nicken und eine Träne, die sich aus den Augenwinkeln schält und Tine die Wange herunterrinnt. Diesmal war es irgendwie anders. Irgendwie ernster. Das ist dann wohl die Ironie des Schicksals. Wenn es ernster wird, komme ich nicht dran. Ich hole ein Taschentuch aus meinem Rucksack und halte es Tine hin. Sie schnieft und wischt sich eine zweite Träne weg. Dann sieht sie mir tief in die Augen. Ich will nicht, dass es dir mit Mr. X genauso geht. Du musst mir versprechen, dass du dich traust und ihn ansprichst. Alle Konkurrenten sind im Wasser. Mr. X sitzt da ganz alleine. Tine will ihre Tränen in Schach halten, indem sie mein Liebesglück vorantreibt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mitzumachen. Na dann, seufze ich und mache mich auf den Weg zu Mr. X. Als ich ihn erreicht habe, dreht er sich gerade auf den Bauch. Na, ganz toll. Ich will wieder verschwinden, aber Tine veranstaltet ein Wedel-Wink-Grimassentheater, das mich zum Dableiben verdonnert. Ich räuspere mich. Nützt nichts. Ich trete näher und huste. Keine Reaktion. Der schläft. Ich berühre mit den Zähnen sein Handtuch. So dicht stehe ich jetzt an ihm dran. Er schläft doch nicht. Er dreht sich auf den Rücken, verschränkt die Arme hinter dem Kopf und grinst mich gegen die Sonne blinzelnd an. Schwimmreifen vergessen? Er hält mich für eine seiner Verehrerinnen. Nein, ich bin nicht, also ich bin... Sein Grinsen erstirbt, er legt eine Hand vor die Augen, um mich besser sehen zu können. Du bist die vom Zahnarzt, stellt er fest. Ich bin erleichtert. Er selbst hat von Zähnen angefangen. Ich kann also gefahrlos weiter darüber plaudern. Wie findest du denn unseren Zahnarzt? Frage ich. Das war jetzt verdammt geschickt wegen des Unseren. Sowas ist bestimmt verbal verbindlich. Er ist ein Freund von meinem Vater. Aha, na dann ist er bestimmt gut. Mr. X setzt sich auf, um nicht weiter gegen die Sonne anblinzeln zu müssen. Ich hab dich beim Konzert gesehen, versuche ich das Gespräch in Gang zu halten. Also bei dieser Kundgebung. Deine Kumpels haben Tomaten geworfen auf Ben... diesen Bandleader. Diesen Sänger. Mr. X nickt, sagt aber nichts. Fand ich... cool. Jetzt grinst er. Tina hat recht. Komplimente ziehen immer. Stehst du auch nicht auf diese Ökos? fragt er. Gar nicht. Schrecklich. Erkläre ich einen Tick zu laut. Wenn meine Eltern hören könnten, was ich hier sage, sie würden mich wahrscheinlich verstoßen. Ökos sind echt eine Plage. Mein Vater sagt immer, die sollen doch irgendwo hinziehen, wo sie keinen nerven. In die Wüste. Auf irgendeinen unbewohnten Berg. Urwald oder so. Dann können sie wenigstens nicht rechtschaffenden Leuten auf die Füße treten, die nur Gutes für ihre Stadt und ihr Land wollen. Die was erschaffen, was aufbauen, den Fortschritt vorantreiben. Ich nicke. Mein Vater sagt, Ökos sind Loser. Nur weil die selbst nichts auf die Reihe bekommen, müssen sie anderen Steine in den Weg legen. Versager. Ich nicke nochmal. Aber der Kloß in meinem Hals wird jetzt so groß, dass ich Schwierigkeiten bekomme, etwas um ihn herum zu sagen. Ich räuspere mich. Ich versuche zu schlucken, aber es bringt nichts. Zum Glück kommen in dem Moment die Verehrerinnen zurück. Sie schütteln der Reihe nach ihre nassen Haare über Mr. X aus, erwarten Applaus für ihre Neckerei und starren mich nach getaner Arbeit böse an. Noch reine Konkurrenz scheint unerwünscht. Ich beschließe, mich zu verdrücken. Hey, warte mal, ruft Mr. X mir nach. Wie heißt du? Ellen, krächze ich. Thomas, ruft er. Bis bald mal. Ich radle in den Ort und nehme routiniert die Straße zur Boutique. Die Sehnsucht treibt mich hin. Der Jugendball rückt immer näher und die Kohle stimmt noch lange nicht. Ich habe schon alles versucht. Ich habe Papa und Mama um Geld angefleht. Sowas scheitert immer, weil ich in ihren Augen kein Kind des Konsums werden soll. Ich habe Papa angebettelt, mich noch einmal mit zum Markt zu nehmen. Aber Markt ist nicht, weil Papa vor lauter Charlotte bemuttern den Käse vergessen hat. Der ist jetzt hinüber. Wenigstens ist heute stabiles Wetter. Am Himmel ist kein Wölkchen in Sicht. Ein Gewitter scheint ausgeschlossen. Ich trete in die Pedale. Die Landschaft fliegt an mir vorbei. Felder, Alleebäume, wiederkeunde Kühe. Und dann doch eine Wolke. Eine einzige, am ansonsten absolut blauen Himmel. Eine kohlrabenschwarze in einer komischen Form. Sie sieht aus, als würde sie auf die Erde einstechen. So spitz läuft sie nach unten hinzu. Oder doch nicht? Kommt sie von der Erde und wölbt sich in den Himmel? Aber wie? Die Erkenntnis schießt mir in den Kopf. Das ist Feuer! Die Wolke kommt näher. Sirenen ertönen von hinten. Ein Feuerwehrauto, nein, zwei. Und ein Krankenwagen. Das kann ich. Doch! Das ist der Grenzhof. Der Grenzhof brennt. Hier ist sonst weit und breit nichts. Ich fahre, so schnell ich nur kann. Und dann sehe ich ihn. Flammen lodern aus seinem Dachstuhl. Aus den Fenstern. Überall heraus. Noch mehr Feuerwehrautos. Die sind schon am Start. Richten dicke Wasserstrahler auf den Hof. Ich biege in den Weg ein, komme aber nicht weit. Ein Polizeiauto steht quer. Die lassen mich nicht durch. Fahren Sie weiter, sagt einer. Aber ich kenne die. Ich kenne die Leute, die da wohnen, brülle ich. Sie dürfen hier nicht rein. Wieder Sirenen. Diesmal vom Hof her. Der Krankenwagen wendet. Der Polizeiwagen macht Platz. Ich auch. Wer ist da drin? Will ich wissen. Aber sie wollen mir nichts sagen. Sie drängen mich vom Weg. Sie werden richtig ungehalten. Ich soll nach Hause fahren. Wer ist in dem Krankenwagen gewesen? Will ich wissen. Keine Antwort von den Polizisten. Nur eine leise, fassungslose Antwort aus meinem Inneren. Benjamin. Ich schwinge mich aufs Rad und rase los. Wie eine Irre. So schnell bin ich noch nie gefahren. Der Wind peitscht mir ins Gesicht. Wieso ist das so weit? Wieso bin ich nicht schneller? Rechts in den Waldweg. Vorbei am Jägerhochstand. Links in die Lichtung. Da ist die Mühle. Nur noch wenige Meter. Ich bin da. Das Rad schmeiße ich auf den Boden und fliege ins Haus. Papa. Mama. Der Grenzhof brennt. Keine Antwort. Ich rase die Treppe hoch. Ich rase die Treppe runter. Ich laufe nach draußen. Mama. Papa. Ein jämmerliches Blöken aus dem Stall. Ich stolpere hinein. Da sind sie. Mama. Papa. Papa. Beide über Charlotte gebeugt. Papa. Mama. Der Grenzhof brennt. Sie schauen zu mir auf. Sie sind total verschwitzt und gucken, als würden sie nicht verstehen, was ich sage. Das Baby, sagt Mama. Charlotte hat zu viel Blut verloren, sagt Papa. Er nimmt das Zicklein, legt es mir in die Arme und befiehlt, reib es trocken. Dann ist er bei Mama an Charlottes Kopf. Verdammt, sagt er. Tu mir das nicht an, Charlotte. Was denn? Nein, frage ich und merke, wie mir die Tränen in die Augen schießen. Es ging alles so schnell, erklärt Mama. Der Tierarzt ist unterwegs, aber er kommt wohl. Zu spät. Ich reibe mit einem Handtuch an dem kleinen Zicklein herum, aber es will nicht trocken werden, weil von oben immer wieder Nasses kommt. Meine Tränen fallen wie Dauerregen. Sie stirbt, sagt Papa, und legt seinen Kopf an Charlottes Kopf. Und dann hört Charlottes Bauch auf, sich zu heben. Sie atmet nicht mehr. Der Grenzhof brennt, schluchze ich. Und endlich sehe ich in den Augen meiner Eltern, dass sie erfassen, was ich da Unfassbares sage. Unsere Küche ist voll. Mama, Papa, ich mit dem Zicklein auf dem Arm und drei Schnieders versuchen, einigermaßen die Ruhe zu bewahren. Die Fassungslosigkeit ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Uns geht es gut, erklärt Kalle, aber Benjamin ist im Krankenhaus. Heller ist bei ihm, er hat was abgekriegt. Ich merke, wie mir das Blut in die Füße sackt. Ich habe es vorausgesehen, in meinem Traum. Ich hätte ihn warnen können. Seid ihr wirklich sicher, dass wir bleiben können? Fragt Kalle zum bestimmt vierten Mal. Ich meine, wir sind eine Menge, also ihr habt auch nicht so viel Platz. Und natürlich sind wir sicher, unterbricht Papa ihn. Ihr seid herzlich willkommen, und zwar solange ihr wollt. Wirklich? Kalle schaut zu Mama und dann zu mir. Wir nicken beide. Wie ist es passiert? Fragt Mama zaghaft. Wir waren alle in der Scheune, als das Feuer ausgebrochen ist, berichtet Kalle. Zum Glück. Und dann haben wir was gerochen. Rauch. Wir sind rausgestürzt, und da kamen Flammen aus dem Küchenfenster. Und aus dem Wohnzimmerfenster. Von überall her. Wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Und Benjamin? Susi hat geschrien, Mimi ist noch drin. Mimi ist ihre Katze. Nette hat angefangen zu weinen. Die Mädchen wollten losrennen. Hella und ich haben sie festgehalten. Auf Benjamin haben wir gar nicht geschaut. Er ist ohne zu zögern zum Haus gelaufen, hat die Tür aufgerissen und ist einfach reingestürzt. Kalle stöhnt. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Also bin ich ihm hinterher. Aber da war nur Rauch. Ich konnte nichts sehen. Rauch und Hitze und ringsum Flammen. Ich habe nach ihm gerufen, aber es kam keine Antwort. Also bin ich die Treppe hochgerannt. Und da kam er mir schon entgegen. Mit Mimi unter dem einen Arm und mit Feuer am anderen. Kalle senkt den Kopf und schnieft. Der Papa hat den Benjamin dann rausgebracht und hat ihn auf den Boden geworfen und hin und hergerollt, damit die Flammen durch den Sand ausgehen. Der Benjamin hat richtig gebrannt. Wie eine Kerze. Susi setzt Kalles Bericht fort und legt ihre kleinen Hände tröstend auf die Schulter ihres Vaters. Der Papa hat ihn gelöscht. Sonst wäre er verbrannt. Und Mimi ist weggelaufen. Wir haben sie nicht mehr gefunden. Mama schüttet Tee nach. Ihr fehlen die Worte. Genau wie Papa und mir. Der Benjamin ist ein Held, erklärt Nette. Ja, das ist er, sagt Kalle. Er hat Verbrennung am linken Arm und an der Schulter. Der Arzt sagt, er hatte Glück im Unglück. Ich werde in aller Herrgottsfrühe von wildem Indianer geheulwach. Es kommt von draußen. Ungläubig reiße ich das Fenster auf und starre auf zwei mit Hühnerfedern dekorierte Schniedersmädchen, die vor meinem einen stockschwingenden Vater weglaufen. Ich beschließe, nur deswegen nicht einen genervten Schreianfall zu bekommen, weil die beiden gestern ihr Zuhause verloren haben. Vielleicht ist das Gebrüll ihr Weg, die Sache zu verdauen. Ich reibe mir die Augen und lasse den Kopf über die Bettkante hängen. Unter meinem Bett steht das Kistchen von Herrn Parsikus. Ich ziehe es hervor und fasse einen Entschluss. Es reicht schon, dass ich einen meiner Träume nicht für bare Münze genommen habe. Ein zweites Mal mache ich diesen Fehler nicht. Benjamin hat mir im Traum gesagt, ich darf mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und weil Benjamin jetzt meinetwegen im Krankenhaus liegt und Narben zurückbehalten wird, werde ich tun, was er gesagt hat. Aber zunächst muss ich zum Zahnarzt. Die Klammer wird heute angepasst. Et voilà! Der Zahnarzt hält mir einen Handspiegel vors Gesicht. Nach stundenlangem Gezurre und Gezerre an meinen Beißerchen ist das Werk endlich vollbracht. Kaum zu sehen, findet die Arzthelferin. Ich sehe ganz schön was. Plastik und Drähte auf meiner oberen Zahnleiste. Aber ich bin trotzdem froh. Vielleicht schon in einem Jahr ist die Lücke geschlossen. Das ist es allemal wert. Lächeln Sie mal, schlägt der Zahnarzt vor. Ich lächle. Na, geht doch noch. Nur nicht schüchtern werden mit der Klammer. Ich kenne Mädchen, die früher absolute Quasselstrippen waren und plötzlich den Mund nicht mehr aufgemacht haben wegen der Klammer. So eine bin ich nicht. Ich muss grinsen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Nachstellen der Drähte. Wenn vorher was ist, komm einfach vorbei. Ich verlasse den Behandlungsraum, grinse breit einem entgegenkommenden Patienten zu, grinse zum Empfangstresen, grinse, als ich meine Jacke hole in die Runde im Wartezimmer, grinse, als ich die Praxis verlasse jedem zu, der mir entgegenkommt. Von wegen Hemmung. Ich fühle mich großartig. Hallo. Die Stimme kenne ich. Ich drehe mich um und da steht er. Thomas. Er grinst mich breit an. Und ich? Ich kriege die Zähne nicht auseinander. Sein Grinsen fällt enttäuscht in sich zusammen. Erkennst du mich nicht? Ich bin's. Ja, ja. Nuschle ich durch einen winzigen Speil zwischen meinen zusammengepressten Lippen. Schlechte Laune? Ich schüttle den Kopf. Du warst wieder beim Zahnarzt. Er deutet hinter sich zur wenige Meter entfernten Praxis. Tats weh? Ich schüttle wieder den Kopf. Jetzt verdüstert sich seine Miene. Keine Lust, mit mir zu sprechen, was? Doch, doch. Nuschle ich. Hm, er scheint nicht überzeugt. Gehst du mit auf einen Kaffee? Mhm. Meine unbestimmte Wortmeldung kommt auch unbestimmt an. Ja oder nein? Ich seufze lautlos. Was soll ich Tine und Biene sagen, wenn ich diese Chance jetzt an mir vorüberziehen lasse? Nur, weil ich eine unerwartete Klammerkrise schiebe? Die Klammer wird noch ein Jahr bleiben, mindestens. Ja, ich wage es, den Mund ein bisschen weiter zu öffnen. Seine Miene entspannt sich. Die Klammer hat er noch nicht entdeckt. Dann los, zum Italiener. Kannst auch ein Eis essen. Ich lade dich ein. Gern, sage ich und denke im selben Moment, aber kein Amarena-Becher wie sonst immer. Nicht auszudenken, wenn die klebrigen Kirschen in den Drähten hängen bleiben. Wir entern einen Tisch in der hintersten Ecke des Cafés. Thomas bestellt Cappuccino und ich eine Eisschokolade. Er hat die Klammer immer noch nicht entdeckt. Und erst mal redet auch eigentlich nur er, sodass ich meine Lippen geschlossen halten kann. Er regt sich wieder über das Konzert auf, über die Ökos und Quertreiber. Und ich nicke nur. Den wünsche ich echt die Pest an den Hals, endet Thomas. Und dann klappt mein Mund plötzlich von ganz alleine auf. Der Junge, den ihr mit Tomaten beworfen habt, der liegt jetzt im Krankenhaus mit Verbrennung. Sein Zuhause ist total abgebrannt, erkläre ich ungehalten. Ich würde sowas keinem wünschen. Er guckt mich verdattert an. Scheint nicht oft vorzukommen, dass ihm jemand die Meinung sagt. Wann hat es gebrannt? Will er nach ein paar Sekunden wissen. Gestern. Thomas starrt in sein Cappuccino und sieht mit einem Mal aus, als wäre er ganz woanders mit seinen Gedanken. So hart, wie er immer tut, scheint er wohl doch nicht zu sein, denke ich. Bestimmt bereut er seinen blöden Spruch jetzt. Das wollte ich nicht, sagt er leise. Du kannst ja nix dafür, sage ich noch leiser und denke, im Gegensatz zu mir. Hat es ihn schlimm erwischt? Es werden Narben bleiben, aber er ist hart im Nehmen. Thomas schaut mich von der Seite an. Woher weißt du das alles? Kennst du die Leute? Flüchtig. Eine ganze Weile schweigen wir und vertiefen uns in unsere Getränke. Irgendwann setzt Thomas ein Grinsen auf und fragt, seit wann hast du die Klammer? Seit grad. Hast du deswegen erst keinen Ton gesagt? Findst du das Ding schlimm? Nö, find ich cool. Du achtest wenigstens auf dein Äußeres. Das find ich bei Frauen voll wichtig. Ich grinse ihn sofort vorbehaltlos an, mit voller Klammerpracht. Der Junge weiß, was zählt. Jetzt geht das Gespräch lockerer. Wir reden über alles Mögliche. Die Top 3 Urlaubsziele? Fragt Thomas. Karibik. Los Angeles. Paris. Wir sind uns einig. Die Top 3 Traumberufe? Wirft Thomas ins Feld. Model. Sänger in einer Rockband. Hellseher. Wieso Hellseher? Fragt Thomas amüsiert. Weil ich dann an Infos käme, die ich so nicht kriegen kann. Was denn zum Beispiel? Willst du wissen, was ich denke? Nö. Ich würd gern wissen, wie man herausfinden kann, wohin jemand umgezogen ist. Wie jetzt? Naja, wenn man nur den Namen und den letzten Wohnort kennt. Sonst nichts. Wie kann man dann was rauskriegen, ohne Hellseher zu sein? Das kriegst du nicht raus. Keine Chance? Alles Datenschutz. Wüsste nicht wie. Mist. Er wiegt den Kopf von links nach rechts. Dann grinst er. Man müsste offizielle Kanäle anzapfen. Was meinst du? Naja, wenn man an einen offiziellen Computer rankäme. Im Rathaus oder sowas? Zum Beispiel. Aber wie soll da jemand wie wir drankommen? Kennst du jemanden, der sich in den Computer vom Amt reinhecken kann? Frage ich. Er lehnt sich entspannt zurück und orakelt. Kann sein, dass ich da jemanden kenne. Cool. Er zieht die Augenbrauen hoch. Wenn ich die Info herausbekomme, was kriege ich dann dafür? Noch einen Kaffee? Er schüttelt tadelnd den Kopf. Das muss dir schon ein bisschen mehr wert sein. Ein Eis. Deluxe? Ein Date. Ein richtiges. Ganz offiziell. Abgemacht? Abgemacht, erkläre ich und schreibe ihm auf die Serviette, nach wem er forschen soll. Sie hat immer noch nichts getrunken, begrüßt mich Papa, als ich zu Hause ankomme. Die Schnieders sind auch da. Alle stehen in der Küche, mitten unter ihnen der Tierarzt. Da bin ich auch mit meinem Latein am Ende, erklärt der gerade und meint das Zicklein. Da kann man wohl nichts machen. Wohl kann man, erklärt Nette ungehalten. Wir kennen einen, der kann das, mischt sich auch Susi ein. Wer denn? Fragt Papa. Den Tierflüsterer, sagt Nette geheimnisvoll. Mama, Papa und ich werfen erst uns, dann Kalle und Hella fragende Blicke zu. Die beiden meinen Benjamin, erklärt Hella. Er hat diese besondere Gabe, was Tiere angeht. Aber der liegt im Krankenhaus, gebe ich zu bedenken. Er kann ja schlecht vorbeikommen, um dem Tier die Milch einzuflößen. Er kann nicht kommen, erklärt Kalle. Aber wenn er nicht zum Zicklein kommen kann, dann muss das Zicklein eben zu ihm kommen. Wie jetzt? So jetzt, lacht Hella, schiebt den Tierarzt aus der Tür und scheucht uns andere zusammen mit dem Zicklein in den alten VW-Bus der Schnieders. Sie wollen da alle rein? Die Schwester guckt etwas verstört auf den Menschenauflauf aus Schnieders und merke nichts, der sich vor Benjamins Zimmertür postiert hat. Besonders skeptisch betrachtet sie Mamas riesigen Bauch, in dem irgendwie Leben zu vermuten ist. Es tritt im Moment wie verrückt, sagt Mama. Schwangerschaften sind wirklich nichts für Mimosen. Die Schwester zieht die Augenbrauen hoch, lässt uns dann aber doch alle zusammen ins Zimmer treten. Ich schiebe mich als Letzte durch die Tür und halte mich ein bisschen im Windschatten der anderen auf. Nur zögerlich werfe ich einen Blick zu dem Bett, in dem Benjamin liegt. Es ist nicht zu übersehen, am Arm, an der Schulter, am Hals. Etwas Rotes, Desinfektionsmittel vielleicht, darauf merkwürdig durchscheinende Verbände, ein Tropf mit irgendeiner Flüssigkeit. Das ist alles meine Schuld. Ihr schon wieder? Benjamin lacht trotz seines erbärmlichen Zustands. Und Verstärkung habt ihr auch mitgebracht? Der hat Nerven. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde die nächsten hundert Jahre nicht mehr lachen. In tiefste Depressionen würde ich fallen. Diese Narben werden nie wieder weggehen. Da hilft keine feste Klammer, die in einem Jahr wieder runterkommt. Damit muss er leben. Und damit, dass er und seine Familie quasi obdachlos sind. Wie kann er nur so fröhlich sein? Aus Mamas Bauch kommt ein jämmerliches Meckern. Benjamin setzt sich im Bett auf und schaut verdutzt von einem zum anderen. Mama zieht ihre Jacke aus und das Zicklein gibt erneut, diesmal halbwegs erleichtert, ein Meckern von sich. Es trinkt nicht, erklärt Susi. Du bist doch der Einzige, der ihm helfen kann, fügt Nette hinzu. Benjamin winkt Mama zu sich ans Bett und betrachtet das Zicklein eingehend. Und zuallererst einmal braucht es eine feste Bezugsperson. Ich? Papa zeigt auf, als wäre er in der Schule. Und die schwere Arbeit im Stall und auf dem Acker? Mit Zicklein? Fragt Benjamin. Naja. Dumme Idee. Gibt Papa bedröppelt zu. Dann falle ich auch weg, seufzt Mama. Der Käse. Die Kunden. Jetzt sind alle Augen auf mich gerichtet. Auch Benjamin schaut zum ersten Mal, seit wir hier sind, direkt mich an. Ich habe ebenfalls schrecklich viel zu tun, erkläre ich und hebe abwehrend die Hände. Freibad, telefonieren, Radfahren. Kann man alles mit Zicklein, findet Papa. Aber wieso ich? Frage ich. Ich habe Ferien. Und ein Date, füge ich in Gedanken hinzu. Nette und Susi schaffen es irgendwie, ihre Augen zu doppelter Kullergröße aufzureißen. Sie schauen mich an, als wollten sie sagen, soll wegen deiner Faulheit etwa das Zicklein sterben? Könnt ihr nicht? Also eine von euch, ihr habt doch außer Spielen eh nichts vor, gebe ich zu bedenken. Vier Erwachsenen-Augen strafen mich für meinen Vorschlag mit Kopfschütteln. Und selbst Nette und Susi schütteln die Köpfe. Wir sind zu klein. Das schaffen wir nicht, gibt Nette Weise von sich. Es liegt an dir. Benjamin hat Mama das Zicklein aus dem Arm genommen. Er stellt es, Verbände hin, Verbände her, vor sich auf die Bettdecke. Tut das nicht weh? Und schon mal was von Bakterien gehört? Das Zicklein lässt sich von Benjamin sanft zum Hinlegen überreden. Fast sieht es aus, als würde es sich in seiner Gegenwart gänzlich entspannen. Am besten wird es sein, ihr geht alle in die Cafeteria, damit Ellen und ich in Ruhe gucken können, was zu tun ist, schlägt Benjamin vor. Ist das jetzt schon beschlossene Sache? Aber setze ich zum Protest an. Ein Blick in die Augen von Susi und Nette und mir bleiben die Worte im Hals stecken. Wenn ich nicht will, dass zwei ausgebrannte Kinder heftig in Tränen ausbrechen, muss ich mich wohl geschlagen geben. Und außerdem, Benjamin hat sein Leben für das einer Katze riskiert. Wie kann ich dann jetzt kneifen? Mama stellt Fläschchen und Nucki auf Benjamins Nachttisch. Dann verlassen alle das Zimmer und ich hab den Salat. Komm, sagt Benjamin und deutet mir an, dass ich mich zu ihm auf die Bettkante setzen soll. Ich lasse mich zögerlich auf dem Bett nieder. Tut es sehr weh? frage ich. Sie geben mir Schmerzmittel, es ist auszuhalten. Das war ziemlich mutig von dir mit der Katze und so. Benjamin zuckt mit den Schultern. Ich bin einfach ein Tierfanatiker, ich kann nicht anders. Er hebt das Zicklein hoch, drückt ihm einen Kuss auf den kleinen Kopf und hält es mir dann hin. Nimm du es und lass es nicht mehr los, bis auf weiteres. Wie stellst du dir das vor? Ich muss schlafen. Dann schläft es bei dir. Und köttelt mir Ziegenmist ins Bett? Zieh ihm Windeln an, das geht schon. Aber es stinkt nach Bock, Benjamin grinst. Ich finde, es riecht sehr lecker. Nach Babyziege. Riech doch mal. Ich schnuppere vorsichtig am Scheitel des Kleinen. Tatsächlich ist sein Geruch im Gegensatz zu dem der ausgewachsenen Ziegen ziemlich manierlich. Aber was, wenn ich ins Freibad gehe oder shoppen? Mitnehmen. Am besten in so einem Tuch, in dem man Babys trägt. Und wenn ich ein Date habe? Ups. Ich wollte das gar nicht sagen. Aber jetzt ist es raus. Und Benjamin sieht irgendwie so aus, als wäre er sauer. Ja, ja, ich weiß schon, seufze ich. Was ist schon ein Date gegen ein Leben? Du hast sogar riskiert, zu verbrennen für ein Tier. Benjamin antwortet nicht, guckt aber immer noch komisch. Ich sag das Date ab, schlage ich vor. Benjamin schüttelt den Kopf. Wenn er dich wirklich mag, dann hat er nichts dagegen, dass ihr bei eurem Date zu dritt seid. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Und was muss ich machen, damit es trinkt? Doch wohl nicht die Brust geben, oder? Ich muss grinsen. Doch, Benjamin grinst zurück. Und dann brechen wir beide in Lachen aus, bis das Zicklein durch empörtes Meckern klar macht, warum wir hier zusammensitzen. Benjamin nimmt das Fläschchen. Wichtig ist, dass du die Milch ein wenig erwärmst, sonst bekommt es Bauchweh. Und dann musst du ihm alle zwei Stunden etwas anbieten. Auch nachts? Frage ich fassungslos. Auch nachts. Und wenn ich nichts dabei habe, um die Milch warm zu machen? Dann frag irgendwo in einem Geschäft, ob du heißes Wasser haben kannst, indem du die Flasche dann anwärmst. Na toll. Ich seufze. Die Flaschen musst du abkochen, damit sich keine Keime oder Pilze bilden. Die sind lebensbedrohlich für so ein kleines, geschwächtes Tier. Schön und gut. Aber was nützt das alles, wenn es sowieso nicht trinken will? Was mache ich, wenn all das Herumtragen und Anbieten nicht fruchtet? Es gibt einen Trick. Ich zeige es dir. Ausnahmsweise mal mit nicht erwärmter Milch. Nur ein paar Schlucke zur Probe. Benjamin nimmt mir noch einmal das Zicklein ab. Du greifst es so. Er verzieht kurz schmerzerfülltes Gesicht, als er das Zicklein auf den Rücken legt und wie ein Baby in den Arm nimmt. Du musst es ganz festhalten, ganz dicht an dich drücken. Und dann träufelst du ihm ein paar Tropfen Milch auf die Lippen, damit es den Geschmack spürt. Und dann drückst du ihm den Sauger in den Mund. Nicht mit Gewalt, aber mit Bestimmtheit. Während Benjamin erklärt, führt er alle Handlungen aus. Und tatsächlich. Nachdem das Zicklein ein paar Kostprobentropfen bekommen hat, lässt es sich nach einigen kläglichen Versuchen, dem Nucki zu entkommen, über Reden zuzuschnappen. Ich muss lachen, nehme ihm das Zicklein ab und erkläre, okay, ich lasse mich darauf ein. Er lächelt zufrieden. Dann hau ab, deck dich im Babymarkt ein und gib ihm die erste Mahlzeit. Jede Stunde zählt jetzt. Mach ich. Ich stehe auf und wende mich zur Tür. Aber bevor ich gehe, ruft Benjamin mich zurück. Es braucht doch einen Namen. Das ist wichtig, damit du eine Bindung aufbaust. Es spürt den Unterschied. Wie wär's mit Benjamin? Benjamin, es ist ein Mädchen, Benjamin grinst. Dann Valérie. Bis zu meinem Date mit Thomas ist noch etwas Zeit. Und ich weiß genau, wie ich sie nutzen will. Ich warte ab, bis die Verkäuferin hinter irgendeinem hohen Kleiderständer verschwunden ist und entere den Laden. Ziegenschwanger wie ich bin, würde sie mich noch achtkantiger wieder rauswerfen als sonst, wenn sie mich entdecken würde. Auf zehn Spitzen schleiche ich durchs Geschäft. Da ist es. Glitzernd und schimmernd wie eh und je. Ich nehme es vom Ständer, schlüpfe zusammen mit ihm in die Umkleide und halte es mir und Valérie vor den Körper. Was denkst du? Steht uns das? Valérie streckt, als ich ihren Namen ausspreche, kurz ihr Köpfchen aus dem Babywickeltuch, das ich mir fachgerecht um Hüfte und Schultern gewickelt habe, pennt aber sofort wieder ein. Seit ich sie mit Benjamins Trick zum Trinken gebracht habe, schläft sie eigentlich nur noch, wenn sie nicht gerade frisst. Aber beides tut sie nur, wenn sie bei mir ist, dicht bei mir. Benjamin hatte recht, ein externen Babysitter akzeptiert Valérie nicht. Ich schleiche aus der Umkleide, hänge das gute Stück zurück an den Ständer und duke mich hinter Mänteln und Röcken, bis ich fast den Ausgang erreicht habe. Hey! Ich zucke zusammen. Aber die Stimme der Verkäuferin ist das nicht. Es ist... Thomas, was machst du denn hier? Flüstere ich. Ich habe gesehen, wie du reingegangen bist. Schickes Kleid. Kaufst du es? Ruft er viel zu laut. Psst! Er zieht fragend die Augenbrauen hoch und ich mache wilde Handzeichen, die er nicht kapiert. Dafür registriert er jetzt, dass in dem Bündel um meinen Bauch etwas Lebendiges ist. Durch sein Gebrüll ist Valérie wach geworden und windet sich. Du bist... Du hast... Ich wusste nicht, dass du... Psst! Zu spät. Die blöde Kuh von einer Verkäuferin hat uns gehört und steuert zielsicher auf uns zu. Ah! Sagt sie erfreut, als sie Thomas entdeckt. Oh! Sagt sie im nächsten Moment, enttäuscht, weil sie auch mich sieht. Dann fällt ihr Blick auf das Bündel vor meinem Bauch und ich entscheide, dass es höchste Zeit ist, das Weite zu suchen. Hey, warte! Thomas rennt mir hinterher. Jetzt bleib doch mal stehen! Ich halte erst an, als ich den Marktplatz erreicht habe. Von dem Gerenne ist Valérie endgültig wach geworden und streckt mit aller Gewalt den Kopf hervor. Das ist... Thomas fallen die Augen aus dem Kopf. Das ist kein... Das ist kein Kind, sondern eine Ziege, helfe ich ihm weiter. Und die wird bei unserem Date auch dabei sein, nur damit du's weißt. Er lacht und sieht total erleichtert aus. Boah, ich dachte schon, du hast einen echten Hosenscheißer. Das ist ein echter Hosenscheißer, glaub mir. Ja, ja, aber nicht einer, der die nächsten 18 Jahre bei dir wohnt. Thomas zeigt zum Marktplatz-Biergarten. Also dann, unser erstes Date. Sollen wir was trinken? Mit ihr? Ich deute auf Valérie. Ja, wieso nicht? Meinst du nicht, die schmeißen uns raus? Lass das mal meine Sorge sein. Thomas legt seinen Arm um meine Schultern und zieht mich zu einem der Tische. Wir setzen uns mitten ins Getümmel an einen Tisch und ich sehe aus den Augenwinkeln, wie die Köpfe zusammengesteckt werden und ein allgemeines Getuschel losgeht. Plötzlich steht eine Kellnerin an unserem Tisch. Hallo, Thomas, flötet sie, wirft mir einen abschätzigen Seitenblick zu und zückt ihr Blöckchen. Eine Cola für mich und für dich, Ellen. Na, bravo. Valérie streckt der Kellnerin das Köpfchen entgegen und ich ziehe wie auf Befehl meine Milchflasche aus der Tasche und verkünde, können Sie die bitte im Wasserpad anwärmen? Der Kellnerin fällt jegliche Mimik aus dem Gesicht. Ihr Blick wandert von Valérie zu Thomas. Der zieht erwartungsvoll die Augenbrauen hoch. Das genügt. Die Kellnerin ringt sich ein Lächeln ab, nimmt mit spitzen Fingern die Milchflasche und flötet. Eine Ziege also. Nun gut, ganz wie gewünscht. Ich bin baff und Thomas grinst zufrieden. Kennst du die? Will ich wissen. Flüchtig. Als die Kellnerin mit der angewärmten Milch zurückkommt, bestellt Thomas für mich ein Steak und für sich Medaillons. Ich tröpfle Valérie ein bisschen Milch auf die Schnauze, dann lasse ich sie saugen. Wie kommst du an die Ziege? Kurz nachdem der Grenzhof gebrannt hat, ist das Zicklein zur Weise geworden. Thomas' Gesicht verdunkelt sich. Ich wusste nicht, dass die Ziegen haben. Ich zucke mit den Schultern. Und wieso du? Man hat mich gefragt. Thomas schweigt und scheint zu grübeln. Aber er kauft mir die Geschichte offensichtlich ab. Hast ein Herz für Tiere, was? Naja. Hast noch mal was von dem Jungen gehört? Ich meine der, dem die Tomaten. Er ist okay. Steck die Verletzung gut weg, erkläre ich. Und füge hastig hinzu. Hab ich mir sagen lassen. Zum Glück kommt in dem Moment unsere Bestellung. Valérie hat fertig gegessen. Also kann ich mich ganz meinem Mahl widmen. Lecker? Lecker. Als die Hauptspeisenteller abgeräumt sind, schiebt mir Thomas ein Zettel zu. Hier. Für dich. Ich falte das Papierchen auf und staune nicht schlecht. Valérie Seiling. Rotdornweg 20. Ich fasse es nicht. Das ist im Nachbarort. Thomas grinst zufrieden. Danke. Tausend Dank. Ich weiß gar nicht, wie. Ich aber, sagt Thomas, spitzt die Lippen und kommt ganz nah. Ich spitze ebenfalls die Lippen und schwupps, da landen sie auch schon an seinem Mund vorbei auf seiner Wange. Wenn ich mich irgendwann mal revanchieren kann, sag Bescheid, erkläre ich. Du hast ein Gut bei mir. Ich werde es mir merken, sagt Thomas und überspielt seine Enttäuschung über den verrutschten Kuss mit einem Grinsen. Eine Klingel gibt es nicht, also klopfe ich, aber niemand rührt sich. Ich beschließe, um das Haus herumzugehen und lande auf einer kleinen Terrasse. Hey, du da! Was tust du in meinem Garten? Ups. Ich wirble herum und sehe, keine zehn Meter entfernt, halb von wild wuchernden Stauden verdeckt, eine alte Frau mit Kopftuch und Spaten in der Hand. Sie sieht nicht gerade begeistert aus und der Spaten in der Hand wäre keine schlechte Waffe gegen unerwünschte Eindringlinge. Ich habe etwas für sie, erkläre ich. Ich brauche nichts, kontert sie, und an der Tür kaufe ich schon gar nichts. Nein, nein, ich bin keine Vertreterin, ich bin... Valerie ist durch das Gebrüll wach geworden und streckt den Kopf hervor. Sofort ändert sich die Lage. Die Frau kommt neugierig auf uns zu, lächelt sogar und fragt, wolltest du mir deine Ziege verkaufen? Nein. Oh, schade. Die Frau ist jetzt so nah, dass sie mit der Hand Valeries Köpfchen streicheln kann. Wie heißt es denn? Weil, ähm, sie hat noch keinen Namen, rede ich mich raus. Die Frau schaut mich jetzt wieder prüfend an. Sind Sie Valerie Seiling? Frage ich. Und wer will das wissen? Mein Name ist Ellen Merkenich. Und ich habe etwas, das wahrscheinlich Ihnen gehört. Und was sollte das sein? Etwas von Ihrem Vater. Sie zieht die Augenbrauen hoch und ich lege nach. Von Ihrem Vater, Herrn Parsikus. Mein Vater heißt Seiling, wie ich. Sind Sie sicher? Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Natürlich bin ich sicher. Ich habe eine kleine Kiste mit Erinnerungsstücken, die ihr Vater all die Jahre aufbewahrt hat, erkläre ich trotzdem weiter. Und einen Brief, in dem er alles erklärt. Ich, du machst jetzt, dass du verschwindest. Aber auf der Stelle. Verschwinde. Und lass dich nicht mehr blicken mit deinen Lügengeschichten. Das ist kein Lauspubenstreich. Das ist sowas. Sowas tut man nicht, hörst du? Aber geh. Sie hat den Spaten wieder in der Hand. Valerie stößt ein erbärmliches aus und ich beschließe, den Rückzug anzutreten. Das Freibad ist rappelvoll, aber die Mädels liegen zum Glück leicht auffindbar auf unserem Stammplatz. Dein Schnucki ist leider nicht da, strahlt Tine mir sofort entgegen. Dann verzieht sie ihr Gesicht und deutet nach rechts. Der da aber schon. Rechts erkenne ich in einem gehörigen Abstand Julian und seine Freundin. Bina hat Valerie, deren Köpfchen neugierig aus der Deckung kommt, entdeckt und lässt sich von ihr die Hand ablecken. Ist die süß. Und anstrengend, seufze ich und hole das Fläschchen raus, das durch die Sonne noch eine annehmbare Temperatur hat. Valerie trinkt und ich muss auf Tines Drängen hin die ganze Date-Geschichte noch einmal erzählen. Es war also alles in allem ganz nett, ende ich meinen Vortrag auf bekannte Art und Weise, was Tine sofort wieder zum Animieren fahren lasst. Ich bin so froh, dass endlich mal jemand nachvollziehen kann, wie es mir immer geht, wenn ich mich verliebe. Biene kann das doch auch nachvollziehen, werfe ich ein. Vielleicht sogar besser, weil sie viel... Ach ja, stimmt, unterbricht mich Tine in einem so schrillen Tonfall, dass Valerie erschrocken in lautes Gemecker verfällt und alle Umliegenden auf uns aufmerksam werden. Oh ja, Biene ist natürlich die absolute Expertin im Verlieben. Sowas von. Biene zieht verschreckt den Kopf ein und ich merke, wie der Tropfen, der mein Fass zum Überlaufen bringt, die Wasseroberfläche berührt. Ich hab jetzt echt die Faxen dicke mit euch, verkünde ich. Entweder ihr sagt mir endlich, was mit euch los ist, oder ihr könnt mich mal. Ich hab wirklich genug zu tun. Da muss ich mir euer Theater hier nicht angucken. Also... In Tines Augen blitzt irgendwas auf, das ich nur als Schadenfreude deuten kann. Bienes Gesicht dagegen sieht aus wie Valerys, wenn ich nicht schnell genug mit der Flasche komme, als würde sie verhungern. Also... frage ich nochmal. Ist doch gar nichts, sagt Tine und schaut dabei so bescheuert unschuldig, dass mir die Galle hochkommt. Alles klar, ich stehe auf. Dann wünsche ich euch noch einen schön beschissenen Tag mit eurem was auch immer. Abgang vom Feinsten. Ich erwarte eigentlich, dass mich jetzt jemand zurückhält, aber das passiert nicht. Ungehindert bahne ich mir den Weg durch die Badelacken. Ich habe das Kassenhäuschen passiert und rase auf mein Fahrrad zu. Hey, Ellen, warte mal! Das sind nicht Tine oder Biene, die mich zurückhalten wollen. Das ist Thomas. Ich drehe mich zögerlich um. Hi! Wie schön. Wo willst du denn hin? Doch wohl nicht schon wieder weg? Doch, wegen Valerie. Nicht schon mal was? Er verdreht die Augen. Ja, und zu viel Sonne. Dann lass uns was anderes unternehmen. Thomas setzt ein strahlendes Lächeln auf. Hat dir die Adresse weitergeholfen? Ja, danke nochmal. Wann sehen wir uns? Na ja, ich weiß nicht. Ich habe viel zu tun. Morgen Nachmittag. Auf dem Marktplatz. Ich habe eine Überraschung für dich. Was denn? Wenn ich es dir sagen würde, wäre es ja keine Überraschung mehr. Auch wieder wahr. Also um drei? Um drei. Okay. Thomas kommt näher, nimmt meine Hand und zieht mich zu sich. Es geht alles viel zu schnell, als dass ich es verhindern könnte. Seine Lippen treffen meine. Nur eine Sekunde lang. Ich freue mich, sagt Thomas und wendet sich grinsend ab. Ich mich auch, murmele ich und fasse mir erstaunt an die Lippen. Ein Blitz jedenfalls ist nicht eingeschlagen. Aber schlimm hat es sich auch nicht angefühlt. So wie die Sache liegt, habe ich jetzt offensichtlich meinen ersten Freund. Ich bin verliebt. Wenn man seinen ersten Freund hat, ist man in den verliebt. Zu Hause mache ich mich auf den Weg in mein Zimmer, schalte den Computer an und logge mich bei Facebook ein. Ich will eine Freundschaftsanfrage an Benjamin versenden. Aber als ich meine Seite aufrufe, sehe ich, dass Benjamin bereits eine Anfrage an mich gestellt hat. Ich nehme sie an. Wow! Benjamin hat 342 Freunde. Und wie es aussieht, ist er im Gegensatz zu mir ein reger Schreiber. Alle seine Aktionen gegen Umweltverschmutzung, Tierquälerei, Menschenrechte und Co. sind dokumentiert und von vielen Mitstreitern kommentiert. Ich klicke mich von einem Eintrag zum anderen und muss feststellen, dass Benjamin offensichtlich hohes Ansehen bei Gleichgesinnten genießt. Es sieht aus, als wäre er der Robin Hood der Eifel. Auch von dem Konzert auf dem Marktplatz ist die Rede. Wir lassen uns von tomatenwerfenden Kapitalistenschweinen nicht bremsen. Der Bürger muss sich vor dem Establishment schützen. Weiter so, Benjamin. Wir sind auf deiner Seite. Sogar den Brand hat er schon ins Netz gestellt. Gerade vor einer halben Stunde. Unzählige Mitleidbekundungen sind zu finden. Und dann ist plötzlich eine ganz aktuelle Eintragung von Benjamin zu sehen. Ich will ja keinen an den Pranger stellen, aber der Brand passt dem Bürgermeister und seinen Umgehungsstraßenplänen bestimmt gut in den Kram. Ich stoße heftig die Luft aus. Ich logge mich bei Facebook aus. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Meine Hände zittern und mein Herz schlägt wie blöde. Wenn das wirklich stimmt, sind wir dann in der Mühle ebenfalls in Gefahr? Brennt dann unser Hof auch ab, damit der Bürgermeister sein Wellnesshotel bauen kann? Ich atme tief durch und beruhige mich. Niemand außer mir weiß, dass die Besitzurkunde von Herrn Parsikus existiert. Der Bürgermeister hat gute Karten mit der Behauptung, unsere Mühle gehöre der Stadt durchzukommen. Kein Grund für ihn noch ein Feuer zu legen. Ellen? Bienes Stimme. Ich bin hier oben. Auf der Treppe sind Schritte zu hören. Dann steht Biene in der Tür. Ich muss dringend mit dir reden. Ja, das scheint mir auch so. Ich merke, wie froh ich bin, dass Biene gekommen ist. Wir setzen uns aufs Bett und Biene atmet schwer aus. Ich muss dir etwas beichten. Ja? Etwas Schlimmes. Raus damit. Aber du darfst mich nicht hassen. Ich hasse dich sicher nicht. Tina hat es vor einer Weile herausgefunden, aber ich habe ihr gesagt, sie soll es dir nicht weitererzählen. Deshalb ist sie so zu dir. Weil sie dich in der Hand hat. Ja. Biene seufzt. Sie war ziemlich sauer über das, was ich dir gleich sage. Sag es. Noch ein Seufzer. Also. Es ist so, dass... Ich bin gar nicht. Alles ist gelogen, was ich... Biene steigen Tränen in die Augen. Ich nehme ihre Hand und drücke sie aufmuntant. Was ist gelogen? Christian. Wie jetzt? Es gibt keinen Christian. Aber du bist doch seit zwei Jahren... Bin ich nicht. Ich habe ihn erfunden. All die Anrufe und dass wir uns getroffen haben. Aber die Briefe, die habe ich selbst geschrieben. Biene guckt mich mit riesigen Hundeaugen an. Aber wieso? Ich weiß auch nicht. Tina hat sich dauernd verliebt. In einen nach dem anderen. Und sie hat immer gedrängelt. Mich und dich. Dass wir uns auch verlieben sollen. Was denn mit uns los sei, dass wir uns nie verlieben, hat sie immer gefragt. Und das habe ich irgendwie nicht mehr ausgehalten. Und da ist es einfach so aus mir rausgeflotscht. Ganz spontan. Und dann hat sich alles verselbstständigt. Meine Güte. Die ganze Zeit lang. Du musst dich schrecklich gefühlt haben. Ja! Biene sieht so dankbar aus, dass ich sie in den Arm nehmen würde, wenn ich nicht Valerie um den Bauch gebunden hätte. Du bist nicht böse? Ich glaube nicht. Naja, toll finde ich es nicht, dass du mich angelogen hast. Aber irgendwie... Im Grunde hattest du deine Strafe ja schon. Für dich war es ja die ganze Zeit über schlimm. Ich grinse. Mensch, Biene. Mach sowas nie wieder. Klar? Klar. Beim nächsten Mal verliebe ich mich wirklich. So wie du. Du hast es ja auch geschafft. Wieso sollte ich es dann nicht schaffen? Naja. Naja? Naja. So wirklich weiß ich nicht, ob ich es geschafft habe. Wie meinst du das? Es fühlt sich nicht so an, wie Tine es immer beschreibt. Nein? Ich zucke mit den Schultern. Es ist nett. Also Thomas ist soweit ganz nett. Und der Kuss... Der Kuss? Wann? Eben, vor dem Freibad. Wow! Naja, wow war es nicht. Hm. Biene zuckt mit den Schultern. Vielleicht ist Tine ein Ausnahmetalent im Verlieben. Also ich meine, vielleicht hat sie mehr Gefühle als andere. Kann sein. Ich wäre jedenfalls froh, wenn ich so einen hätte, wie du Thomas hast. Ja. Das wird sicher von Tag zu Tag mehr so, wie Tine es immer beschreibt. Ich logge mich wieder bei Facebook ein und nehme Kontakt mit Benjamin auf. Hi Benjamin. Wollte nur mal schnell wissen, wie es dir geht. Ganz okay. Ich nehme nicht mehr so viel Schmerzmittel. Drum zwiebelt es ordentlich. Aber vor allem ist mir langweilig hier. Keine Demos? Keine Protestaktionen im Krankenhaus? Nö. Null Revolution. Denkst du oft an den Brand? Daran, wie es war, als du ins Haus gelaufen bist, um die Katze zu suchen? Ja, schon. Das war wirklich krass. Überall waren Flammen. Und vor allem dieser Rauch, der sich sofort in die Lungen gequetscht hat. Ich konnte kaum was sehen. Und es war heiß. Hast du gemerkt, dass dein Arm gebrannt hat? Nein, das habe ich im Eifer des Gefechts gar nicht mitgekriegt. Komischerweise träume ich jetzt oft davon. Du träumst? Dass mein Arm brennt und ich nicht weiß, was ich machen soll, um ihn zu löschen. Keiner hilft mir und ich habe einfach keine Idee, was zu tun ist. Dann wache ich immer auf. Du? Benjamin? Ja? Ich... Ich muss dir was sagen. Also schreiben. Und zwar... Ich habe von dem Brand geträumt. Vorher. Ich habe geträumt, wie du mitten in den Flammen stehst. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe dich nicht gewarnt. Ich bin bestimmt schuld, dass... Er kann es nicht sehen. Aber mit einem Mal fange ich wie Blöde an zu heulen. Die Tränen kullern in Sturzbächen meine Wangen runter. Auf Valerie drauf, die interessiert an dem salzigen Nass herumleckt. Aber du konntest doch nicht ahnen, dass dein Traum Wirklichkeit wird. Doch. Wie denn? Stell dir mal vor, jeder Traum wird Wirklichkeit. Dann müsste man ja dauernd jemanden warnen. Ich habe letztens geträumt, mein Mathelehrer würde nackt vor der Klasse stehen. Hätte ich ihn davor gewarnt, sehe sich jetzt im Irrenhaus. Ich muss lachen. Durch die Tränen hindurch. Wie macht er das nur? Statt sauer zu sein, tröstet er mich. Ich habe danach noch mal von dir geträumt. Und weil ich beim ersten Mal schon nicht auf den Traum gehört habe, habe ich es beim zweiten Mal getan. Was hast du beim zweiten Mal geträumt? Dass du mir sagst, was ich zu tun habe. Ich schreibe Benjamin alles über die Kiste von Parsikus und meinen Besuch bei Valerie. Wie bist du an die Kiste gekommen? Die habe ich gefunden, hier in der Mühle. Wie gut, dass er nicht sehen kann, dass ich rot werde. Lüge. Aber die Wahrheit kann ich ihm unmöglich schreiben. Er würde nicht verstehen, dass ich mir wünsche, von der Mühle wegzuziehen. Und schon gar nicht würde er verstehen, dass ich die einzigen Mittel, gegen den Bürgermeister anzugehen, versteckt halte. Und sie wollte nichts davon wissen? Nein, gar nichts. Und dann bist du einfach wieder gegangen? Was hätte ich denn tun sollen? Dranbleiben. Die wollte nicht. Dann überzeug sie. Wieso? Hey, Ellen, wenn du schon auf mich hörst, wenn du träumst, dann könntest du doch auch auf mich hören, wenn du wach bist. Das ist verdammt wichtig, denke ich. Sie sollte unbedingt von ihrem Vater erfahren. Du musst ihr noch eine Chance geben. Hallo? Ein zweites Mal schleiche ich mich mit Herrn Pasikus' Kistchen in der Hand und Valerie Junior am Bauch um Valerie Seniors Haus herum, bis in den Garten. Ich sehe sie schon von Weitem, zwischen den Schlanggurken und Bohnenstangen. Frau Seiling! Sie schaut hoch und mich unglaublich an. Du schon wieder? Ich komme näher und strecke ihr das Kistchen entgegen. Sie müssen wenigstens mal einen Blick hineinwerfen. Dann können sie immer noch sagen, dass sie nichts damit zu tun haben wollen. Sie reibt sich die Hände an der Gartenschürze ab und seufzt. Wenn jemand zu dir käme und würde sagen, deine Eltern sind nicht deine Eltern, dein ganzes Leben ist eine Lüge gewesen, würdest du das wissen wollen? Ich denke dauernd, meine Eltern können nicht meine Eltern sein, weil sie totale Ökos sind und ich das genaue Gegenteil, sage ich grinsend. Meine Eltern und ich, wir waren uns sehr ähnlich, sagt Valerie Seiling. Das sicherste Zeichen dafür, dass sie nicht ihre leiblichen Eltern waren. Valerie legt den Kopf schief. Du bist verdammt hartnäckig. Das hat mir jemand beigebracht, der sich von nichts und niemand abschrecken lässt, wenn er was für richtig hält. Valerie Seiling seufzt, streckt die Hände nach dem Kistchen aus und setzt sich damit auf eine Gartenbank in einem Meer von Ringelblumen. Ich bleibe mit etwas Abstand stehen und beobachte, wie sie langsam den Deckel des Kistchens öffnet. Sie berührt die, von einer verblichenen Schleife zusammengehaltene Haarsträhne, streichelt über den brüchig gewordenen Schnuller, liest die Heiratsurkunde von Samuel und Anita Pasikus und betrachtet schließlich wie versunken das Foto des Babys, das ausgelassen in die Kamera lacht. Da ist auch noch ein Brief, erkläre ich leise. Sie liest ihn. Gefühlte 20 Mal. Es ist... Es ist... beginnt sie dann, bricht dann aber ab und greift sich mit der Hand an die Stirnfalte. Ist es wahr? Frage ich. Sie zuckt mit den Schultern. Es fühlt sich wahr an. Irgendetwas in mir erinnert sich an diese Dinge. An diese Namen. An dieses Schicksal. Irgendwas in mir. Bestimmt ihr Herz, schlage ich vor. Sie nickt. Und dann erzähle ich ihr alles, was ich weiß. Bin ich verliebt oder nicht? Frage ich mich, als Thomas mir auf dem Marktplatz entgegenkommt. Schick sieht er aus. In seinen Armee grünen Schlabbershorts, dem coolen AC-DC-T-Shirt und dem hippigen Rucksack auf den breiten Schultern. Die Sonnenbrille steckt in seinen raspelkurzen Haaren und die Sommerferien haben seiner Haut einen Mallorca-farbenen Tint verpasst. Er ist ein ziemlicher Schuss. Und auch diesmal bleibt sein Auftreten nicht unbemerkt. Überall drehen sich Leute zu ihm, grüßen, winken und wechseln ein paar Worte. Als er mich sieht, wird sein Schritt zügiger. Und ich frage mich unwillkürlich, was er eigentlich ausgerechnet von mir will. Und ob er es auch noch wollen würde, wenn er wüsste, dass ich die bin, die mit ihren Eltern in der alten Mühle wohnt. Hi, ruft er, schnappt mich und drückt mir einen Kuss auf den Mund. Und aus mir platzt es einfach so raus. Ich wohne in der alten Mühle, am Arsch der Welt. Meine Eltern sind Ökos, solche, wie du sie nicht leiden kannst. Die Ziege gehört uns. Wir haben ganz viele davon. Wir essen Müsli. Er guckt mich an wie ein Auto. Aha, sagt er dann. Und ich könnte mir in den Hintern beißen. Kontrollverlust vom Feinsten. Das war's mit dem ersten Freund. Das war's mit verliebt sein und noch verliebter werden. Sowas hält keine Beziehung beim zweiten Date aus. Ich Idiotin. Aber ich werde da nicht mehr lange wohnen, höre ich mich sagen. Ich bin da bald weg. Der Bürgermeister will ein Wellnesshotel aus unserer Mühle machen. Er sagt, das Grundstück gehört der Stadt. Aber das stimmt nicht. Ich habe eine Urkunde, die eindeutig bestätigt, dass der Vorbesitzer uns die Mühle rechtmäßig verkauft hat. Aber die zeige ich keinem. Und wenn ich die keinem zeige, dann schmeißt der Bürgermeister uns raus und dann kann ich endlich wieder im Ort wohnen. Und Ziegen haben wir dann auch nicht mehr. Er guckt schon wieder wie ein Auto. Aha. Also, ich wollte nur sagen, ich bin keine Öko-Tussi. Nur meine Eltern sind so. Und ich würde lieber in einem Loft mit Marmorbad wohnen. Wie alle. Aha. Kann er bitte mal etwas anderes sagen? Ich warte ein paar Sekunden, aber es kommt nichts. Es bleibt beim Auto, das mich mit einem Blick ansieht, den ich nicht verstehen kann. Ich kann nur raten, was er denkt. Und ich rate, dass er denkt, was für ein Fehler, diese Müsli-Tante zu daten. Also drehe ich mich auf dem Absatz um und ergreife in einem mörderischen Tempo die Flucht. Einmal quer über den Marktplatz, zu meinem Rad, mit dem Rad in die nächste Straße. Ich strample wie eine Wilde, bis ich, ohne darüber nachzudenken, am Freibad angekommen bin. Hoffentlich sind sie da. Denke ich. Schaffe es wieder an der Kassiererin vorbei, ohne dass sie checkt, wer oder was da um meinen Bauch herumgewickelt ist und renne zu unserem Stammplatz. Sie sind da. Tine und Biene. Beide starren verdrossen vor sich hin und schauen nur kurz auf, als ich zu ihnen stoße. Ich setze mich zu Biene aufs Handtuch, möchte eigentlich sofort erzählen, komme aber gegen die eisige Stimmung, die hier herrscht, nicht an. Was ist los? Frage ich also. Biene zuckt nur leicht die Schultern und deutet zaghaft auf Tine. Tine, was ist los? Nichts. Nach nichts sieht es aber nicht aus. Tine schweigt eisern. Ist Julian und seine... Nein, verdammt nochmal. Julian interessiert mich nicht mehr. Ich glaube ihr kein Wort und will sie aufmuntern. Jetzt sind wir eine coole Single-Mädchen-Clique. Ich hab Thomas eben gesagt, wo ich wohne und die Sache hat sich erledigt. Biene hat ihren Freund sowieso nur erfunden und du interessierst dich nicht mehr für Julian. Wir machen Party, wir drei. Wir mischen den Jugendball so richtig auf. Und du verliebst dich doch sowieso bald wieder. Das geht schneller, als wir alle gucken können. Rums. Als hätten meine Worte mit der Axt eingeschlagen, springt Tine auf und funkelt böse in meine und Bienes Richtung. Ich werde mich nie mehr verlieben. Ich bin es so satt. Immer wieder passiert mir dasselbe. Ich verliebe mich. Ich bin ganz irre vor lauter Liebe. Und dann verlassen sie mich. Oder haben eine andere, oder... Tränen schießen aus Tines Augen und sie kann kaum mehr vollständige Wörter herauspressen. Ich wünschte, ich wäre wie ihr. Ich wünschte, ich würde mich auch nie verlieben. Dann würde es auch niemals so wehtun. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das ist. Ihr, ihr... Ach, lasst mich doch in Ruhe. Abgang. Biene und ich sind so perplex, dass wir nicht in der Lage sind, Tine hinterher zu rennen. Wir schauen ihr nur nach und beobachten fassungslos, wie sie in ihrer tränenaufgelösten Wut ausgerechnet in Julian reinrennt. Er ist alleine und sagt irgendwas zu Tine, aber die stößt ihn nur weg, rennt weiter und lässt ihn genauso fassungslos zurück wie uns. Die Sonne steht schon ziemlich tief, als ich mich aufs Fahrrad schwinge und nach Hause radle. Ich sause aus dem Ort hinaus auf die Kreuzung zu, die Richtung Mühle führt. Aber als ich ankomme, steige ich hart in die Bremsen. Da steht mitten auf der Kreuzung jemand neben einem Rennrad und hält etwas in der Hand. Thomas? Was machst du denn? Ich hab auf dich gewartet. Dachte mir, dass ich dich hier erwische. Oh. Wieso macht er sich die Mühe? Ich hatte auch so kapiert, dass sich die Sache erledigt hat. Er muss mir nicht extra... Hier. Er drückt mir eine Tüte in die Hand. Hatte leider keine Zeit, es einzupacken. Ein Geschenk? Für mich? Nee, für Valerie. Thomas lacht. Ich öffne die Tüte und falle fast hinten über. Das ist... Das kann doch nicht... Du liebst es doch so. Und da dachte ich... Naja, du musst es aber dann auch anziehen, wenn wir zusammen zum Jugendball gehen. Nicht, dass du in Gummistiefeln und Latzhose kommst. Du willst also mit mir zum Jugendball gehen? Ich hoffe, Valerie ist bis dahin aus dem Gröbsten raus. Das hoffe ich auch. Ich hole das Geschenk aus der Tüte. Mein Kleid. In meinen Händen. Weit weg von dieser schrecklichen Verkäuferin. Meins. Geschenkt. Für mich. Ich falle Thomas samt Valerie und Kleid um den Hals. Danke. Gern geschehen. Er spitzt die Lippen und schließt die Augen. Ich drücke ihm einen schnellen Kuss auf den Mund und halte mir und Valerie das Kleid vor, um ein kleines Tänzchen auf der Kreuzung zu vollführen. Sowas Schönes hat mir noch nie jemand geschenkt, rufe ich. Es ist toll. Und ich dachte, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich doch die bin, die in der eulen Mühle wohnt. Thomas fängt mich in einer Linksdrehung ein und hält mich an den Händen. Das mit der Mühle, das hat sich ja irgendwann erledigt. Er schaut mir fest in die Augen. So fest, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen zu schrumpfen unter seinem Blick. Du musst nur die Urkunde vernichten. Verbrenn sie. Am besten gleich, wenn du nach Hause kommst. Hörst du? Du musst sie vernichten. Sofort. Ich nicke. Und irgendwie bin ich froh, dass sein Blick mich aus den Krallen lässt. Dann fahre ich mal schnell, erkläre ich, packe mir die Tüte mit dem Kleid auf den Gepäckträger und steige auf. Warte. Thomas stellt sich neben mich und spitzt die Lippen. Ach ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ich gebe ihm einen Kuss, dann ratele ich los. Zu Hause angekommen ist niemand zu sehen. Aus dem leer stehenden Stall höre ich Stimmen, aber ich gehe nicht in ihre Richtung, sondern hole mir die Urkunde und mache mich auf den Weg zum Feuerplatz. Hier bin ich ungestört, weit weg vom Haus. Komisch. An derselben Stelle hat noch vor kurzem das Lagerfeuer gebrannt, durch dessen Flammen ich Benjamins Gesicht habe leuchten sehen. Es kommt mir vor, als wäre das eine Ewigkeit her. So viel ist seither passiert. Ich staple ein paar herumliegende Holzscheiter auf, zerknülle ein Stück Zeitung, das ich aus der Küche mitgebracht habe, und halte das Feuerzeug daran. Nach kurzer Zeit lodern Flammen auf. Ein richtiger kleiner Scheiterhaufen. Es ist immerhin ein bedeutsamer Moment. Ich bin dabei, meine Zukunft zu besiegeln. Meine Zukunft in der Stadt. Meine Zukunft ohne Stall, Brennnesseln und Mühlengeratter. Meine Zukunft als Freundin von Thomas. Ich halte die Urkunde über die Flammen. Die linke Ecke wird sofort schwarz, aber Feuer fängt sie nicht, weil ich sie augenblicklich wieder wegziehe. So schnell, als hätte sich statt ihrer ein Stück von mir schmerzhaft verbrannt. Hallo! Ich falle fast aus dem Bett vor Schreck. So schrill kann nur eine sein. Marianne. Niemand da? Was will die? Heidi? Nette und Susi sind jetzt ebenfalls wach und seufzen, verschlafen. Er ist so ein Schwein! Ich schnalle mir Valerie um und renne die Treppe hinunter, um meine Neugierde zu befriedigen. Susi und Nette folgen mir. Und auch der Rest der Mannschaft ist von Mariannes Gezeter herbeigelockt worden. Mama will versuchen, Marianne und die Schnieders einander vorzustellen, aber Marianne hat keine Nerven für Förmlichkeiten. Sie kocht vor Wut und will nur noch ablassen. Das Schwein feiert silberne Hochzeit. Er hat mir gesagt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er sie verlässt. Er hat mir diese Wohnung gemietet, damit wir immer zusammen sein können. Bald, ganz bald, hat er gesagt. Und jetzt? Jetzt feiert er silberne Hochzeit. Heute? Mit allem drum und dran. Die halbe Stadt ist eingeladen. Nur ich wusste von nichts. Ich muss es beim Bäcker erfahren, beim Brötchen holen. Ich bin die Letzte, die davon Wind bekommt. So ein Schwein! Marianne schnappt nach Luft. Ich fahre da jetzt hin. Wohin? Zu dieser Silberhochzeit. Was? Sie findet jetzt statt. In diesem Moment. Und ich werde nicht zulassen, dass es ein gelungenes Fest wird. Ich merke, wie sich mir vor Aufregung die Herrchen an den Armen aufstellen. Wenn das mal kein handfester Skandal zu werden droht. Mama allerdings ist nicht so begeistert. Das wirst du auf keinen Fall tun, erklärt sie. Du wirst dich beruhigen und... Denkste. Marianne dreht sich auf dem Absatz um und rast zu ihrem Auto. Marianne! Nein! Mama spurtet los. Ich ebenfalls. Und ich bin trotz Valerie am Bauch schneller als Mama und reiße die Tür zur Rückbank auf. Marianne gibt Gas. Mama ist ebenfalls angekommen, schnappt sich die Beifahrertürklinke und zieht daran. Auch wenn sie Mordlust verspürt, ein Doppelmord an mir und Mama will Marianne wohl doch nicht riskieren. Sie bremst. Mama springt auf den Beifahrersitz. Ich überlege nicht lange und schwinge mich auf die Rückbank. Wir haben nicht mal die Türen zugeschlagen, da fährt Marianne schon wieder an. Lass uns doch in Ruhe über alles reden, fleht Mama, während sie hektisch nach dem Anschnallgurt fingert. Da gibt es nichts mehr zu reden, zischt Marianne und drückt noch ein bisschen mehr auf die Tube. Mama dreht sich zu mir um. Wieso bist du denn bloß eingestiegen? Schnall dich an, sofort! Ich gehorche. Dem werde ich seine Party vermasseln, faucht Marianne und lacht dann hysterisch vor sich hin. Der wird heute sowas von sein Gesicht verlieren. Ich mache ihn fertig. Ein für allemal. Wer hier wohnt, der hat Kohle. Wir fahren über eine riesige Einfahrt auf ein Haus zu, das mit seinen Säulen schwer an irgendwas Südstaatenmäßiges erinnert. Ein Herrenhaus von Leuten, die Sklaven haben. Marianne bremst, dass der Kies nur so spritzt, inmitten von festlich gekleideten Menschen, die dem Eingang des Hauses entgegen gehen. Tu's nicht, fleht Mama noch einmal. Aber da hat Marianne auch schon die Tür aufgerissen und ist raus aus dem Auto. Wir folgen ihr so schnell wir können. Es geht vorbei an Kellnern in Frax und Kellnerinnen mit weißen Schürzen. Sie werfen den einen oder anderen fragenden Blick auf meinen Bauch. Aber Valerie ist zum Glück still und keiner fragt uns nach unseren Einladungen. Wir passieren die Gäste in aufgerüschten Kleidern und dunklen Anzügen. Wir durchqueren eine Eingangshalle, ein Wohnzimmer, das so groß wie unsere ganze Mühle ist und eine Terrasse. Von dort haben wir einen Blick über den gigantischen Garten, fast mehr ein Park, in dem ein überdimensionales Zelt aufgebaut ist. Genau dorthin will Marianne. Sie ist so schnell, dass wir sie nicht einholen können. Mama legt einen Spurt hin, schafft es sogar, Marianne am Arm zu erwischen, wird aber heftig weggestoßen. Im Zelt ist es gerammelt voll. An langen, festlich gedeckten Tafeln sitzen die Gäste und schauen alle mit einem Sektglas in der Hand Richtung Kopfseite. Leicht erhöht sitzt dort das Brautpaar. Eine rundliche Frau mit grauen Haaren und ein Typ mit Schwabbelbauch und Halbglatze. Für den dreht Marianne gerade durch? Nicht zu fassen. Der Glatzkopf erhebt sein Glas, schlägt mit einem Messer daran und räuspert sich ins vor ihm aufgebaute Mikrofon. Verehrte Gäste, wir haben uns heute hier versammelt, um die Liebe zwischen mir und meiner Frau, weiter kommt er nicht. Wie ein Racheengel ist Marianne durch die Tischreihen bis zum Podest vorgedrungen. Stopp, brüllt sie und dem Mann auf dem Podest bleibt das Gesicht wie schockgefroren stehen. Dieser Mann ist ein Heuchler und ein Lügner und... Marianne legt eine sehr wirkungsvolle Pause ein, sodass auch der Letzte im Saal sich ihr zuwenden kann. Ein Ehebrecher! Seit zwei Jahren, drei Monaten, sieben Tagen und sechs Stunden betrügt dieser Mistkerl seine Ehefrau mit mir und mich mit seiner Ehefrau. Das Raunen wird lauter, das Wispern schärfer und auf der Bühne hat jemand sein Bewusstsein wieder erlangt. Werft diese Verrückte aus meinem Haus! Entfernt sie von meinem Fest! Ich kenne diese Person nicht, ruft der Jubilar und wedelt wild mit den Händen, bis aus einer uneinsehbaren Ecke ein bulliger Typ mit Headset hervorschießt und auf Marianne zustürmt. Aber Marianne ist nicht so leicht zu schnappen. Sie rast in einem mörderischen Tempo durch die Tischreihen, der Fänger hinterher. Es fliegen Gläser und Teller, es kreischen Damen, die Rotwein abbekommen und es schimpfen Herren, die den wilden Stier gern selbst einfangen würden. Deine scheinheilige Fassade wird zusammenbrechen! Der ganze Ort wird erfahren, was für ein Mensch du wirklich bist! ruft Marianne, während sie einen Tisch als Bock benutzt und sich hinüberschwingt. Auf der Bühne regt sich jetzt auch die Jubilarin. Was fällt Ihnen ein, meinen Mann so zu beschuldigen? Sie schreckliche Frau! Aber auch dazu fällt Marianne das Passende ein. Sie glauben mir nicht? Dann will ich Ihnen mal ein kleines Detail verraten, das Sie überzeugen wird. Dieses kleine Muttermal in Form von Sylt, genau an! Ich höre nichts mehr. Mamas Hände pressen sich fest auf meine Ohren und lassen erst wieder los, als im Raum atemlose Stille herrscht. Nicht mal Mariannes Verfolgung geht mehr weiter. Alle wollen wissen, was jetzt passiert. Manfred! Manfred! schrillt die Jubilaren. Sag, dass das nicht wahr ist! Äh, 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 es ist nicht wahr! stammelt Manfred. Die Jubilaren schnappt sich sein schwabbeliges Kinn und dreht sein Kopf in ihre Richtung. Guck mir in die Augen und sag mir, dass das nicht wahr ist! Treffer versenkt. Der Jubilar knickt zusammen, lässt die Arme hängen wie gebrochene Flügel und fängt vor aller Augen bitterlich an zu weinen. Sie, sie hat mich gezwungen, stammelt er und wischt sich nicht mal den Rotz, der jetzt aus ihm heraus will, weg. Sie hat mich erpresst! Sie hat gesagt, wenn ich nicht mitmache, dann sagt sie es allen, dann verliere ich mein Amt, mein Ansehen, mein... Was er noch stammelt, geht in den Kommentaren unter, die das Publikum jetzt in den Raum wirft. Das ist ein Skandal! Widerlich! Legen Sie sofort alle Ämter nieder! Ich schaue mich zu Mama um. Selbst sie kann sich das Lachen nicht mehr verkneifen. Was denn für Ämter? wispere ich ihr zu. Sie zuckt mit den Schultern. Scheint irgendein wichtiger Heini zu sein, Mariannes Fettschwabbel. Wir grinsen uns beide an und lauschen weiter den Rufen der Leute, die jetzt einer nach dem anderen das Zelt verlassen. In mein Haus brauchen sie keinen Fuß mehr zu setzen! Und sowas will ein Vorbild für unsere Jugend sein! Pfui, pfui, pfui! Meine Neugierde ist jetzt wirklich zu groß. Ich halte den erstbesten Flüchtigen am Ärmel fest und will wissen, was ist denn der Schwabbel so Wichtiges? Der schaut mich an, als wäre ich an Blödheit nicht mehr zu übertreffen. Das ist doch unser Bürgermeister! Wer denn sonst? Mama und ich werfen uns einen mehr als fassungslosen Blick zu. Und im selben Moment ertönt ein Tusch, wie auf einem Ritterfest, und eine bisher verschlossene Seitentür des Zelts wird aufgerissen. Mit einem mittelalterlichen Prinzengewand bekleidet, mit einem federbeschmückten Hut auf dem Kopf, betritt jemand den Saal und ruft mit gestellster Stimme »Hört, hört, ihr Leute! Dies ist die Geschichte von Manfred und Gertrud Rommerskirchen. Ich bin der beiden Sohn und will euch kundtun...« Erst jetzt bemerkt der Sprecher, dass irgendwas nicht stimmt. Die Jubilarin schlägt auf den Jubilar ein. Der Jubilar versucht, sich mit einer Servierplatte zu schützen. Die Gäste fliehen in Scharen. Der Federprinz wirbelt herum und ich schaue direkt in sein Gesicht. »Ach, du Scheiße!« rutscht es mir heraus. »Thomas ist der Sohn vom Bürgermeister.« »Jetzt warte doch mal!« Thomas rennt mir hinterher. Sein dämlicher Federhut fliegt ihm dabei vom Kopf. »Lass mich!« »Ellen!« Er hält mich am Ärmel fest. Ich wirble herum und gifte ihn an. »Darum hast du nicht gleich das Weite gesucht, als du erfahren hast, dass ich die von der Mühle bin.« »Gib es zu!« »Du hast deine Chance gewittert. Du wolltest deinem Vater helfen, uns loszuwerden.« »Nein!« »Ach, nein!« »Wieso sonst hast du mir eingeschärft, dass ich die Urkunde verbrennen soll?« »Du hast doch selbst gesagt, dass du nicht mehr da wohnen willst.« »Und du hast nicht gesagt, dass du der Sohn vom Bürgermeister bist!« Er senkt den Blick. »Ich fand es irgendwie cool, dass mal eine nicht weiß, wer ich bin.« »Dass sich mal eine nichts davon verspricht, mit dem Sohn des Bürgermeisters zusammen zu sein.« »Dafür hast du dir etwas davon versprochen, mit mir zusammen zu sein?« Er schüttelt schwach den Kopf. »Oder hast du deinem Vater etwa nicht erzählt, dass ich die Urkunde habe?« »Hat er dir etwa nicht gesagt, dass du dafür sorgen sollst, dass ich sie vernichte?« Er schüttelt wieder den Kopf. Noch schwächer. Und ich erinnere mich an etwas, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit noch als sehr wirkungsvoll erkannt habe. Ich nehme ihn beim Kinn und hebe sein Gesicht so, dass er mir direkt in die Augen schauen muss. »Guck mich an und schwöre, dass du deinem Vater nichts gesagt hast.« »Er kann nicht. Er ist ganz der Sohn seines Vaters, wird ganz schlaff und lässt die Flügel hängen.« »Ich lasse sein Kinn los. Weißt du was? Ich war sowieso nicht in dich verliebt,« sage ich schwach. »Ich sowieso auch nicht in dich,« sagt Thomas, noch ein bisschen schwächer. »Wir schauen uns an und können uns ein klitzekleines Grinsen nicht verkneifen.« »Warst du schon mal verliebt?« frage ich. Thomas zuckt mit den Schultern. »Alle sind immer in mich verliebt, aber ich, ich glaube, ich war noch nie verliebt. Ich bin dich schon noch am meisten. Ich glaube, weil du nichts von mir wolltest. Das kenne ich sonst gar nicht.« Ich schüttle den Kopf und gebe ihm eine leichte Kopfnuss. »Und du? Warst du schon?« will er wissen. Ich schüttle wieder den Kopf. »Irgendwie nicht. Aber ich wäre gern mal.« Wie gerufen kommen in dem Moment Mama und Marianne aus dem Haus. Ich verabschiede mich mit einem Wink und ohne Worte und schließe mich den beiden an. »Kennst du den?« fragt Mama auf dem Weg zum Auto. »Flüchtig,« antworte ich. Mama klopft Marianne bestätigend auf die Schulter. »Das war der Befreiungsschlag. Jetzt hast du es hinter dir und bist offen für eine neue Liebe. Eine echte Liebe. Lass uns einen draufmachen.« »Ellen? Und du? Kommst du auch mit?« »Wenn's geht, würde ich lieber am Freibad abgesetzt werden,« erkläre ich. »Mach dir zweimal alleine einen drauf.« Als ich zur Tür hereinkomme, wirft Papa mir einen merkwürdigen Blick zu. »Was ist los?« Er deutet zur Stube, aus der ich erst jetzt sonderbare, quiekende Geräusche höre. »Deine Mutter und Marianne waren im Biergarten. Irgendwas feiern. Sie sind total blau.« »Echt? Ich hab Mama noch nie blau gesehen und bin auf der Stelle neugierig. Sie sitzen auf dem Boden, flechten sich Zöpfe und singen Songs aus unserer Jugend.« »Das will ich sehen.« »Geht nicht. Sie haben abgeschlossen. Ich hab durchs Fenster geguckt, aber da haben sie jetzt die Vorhänge zugezogen.« »Wo sind die Schnieders?« »Die sind zur Versicherung. Und in den Ort, um was zum Anziehen zu besorgen.« »Dann sind wir zwei Süßen wohl ganz allein für unser Abendessen verantwortlich,« erkläre ich und wittere die Chance auf einmal ohne Bulgur, Pastinake oder Ingwersoße. »Pizza-Taxi?« Papa ist so von einem neuen pubertären Kreischflash aus der Stube absorbiert, dass er einfach nickt. Ich schnappe mir auf der Stelle das Telefon und bestelle eine vegetarische für Papa und eine mit extra viel Salami für mich. Papa starrt immer noch zur Tür und ich entscheide, dass es eine bessere Gelegenheit nicht geben wird. »Wenn Jugendball ist, schlafe ich bei Biene. Bienes Papa holt uns ab, okay?« Er nickt. Ich grinse zufrieden, binde Valerie ab und nehme sie auf den Schoß. Aber da bleibt sie nicht. Schwupps, rutscht sie mir von den Oberschenkeln und landet mit verdrehten Beinen auf dem Boden. Jetzt starrt auch Papa lieber zu ihr als zur Tür. Valerie rappelt sich hoch, schuppert ihren Kopf an meinem Knie und starkst dann x-beinig auf Papa zu. »Ich glaub, sie hat sich gerade von mir abgenabelt,« flüstere ich und gehe zum Herd, um die Milch warm zu machen. Papa bückt sich zu Valerie hinunter und sie beschnuppert ihn ausgiebig. Als die Milch warm ist, drücke ich Papa das Fläschchen in die Hand. »Versuch mal!« Er versucht und es klappt. Auf ihren eigenen vier Beinen stehend nimmt Valerie die Flasche aus Papas Hand, trinkt alles aus und rollt sich dann zufrieden auf dem Fußboden zusammen, um auf der Stelle einzuschlafen. »Dann bist du jetzt wieder ein freier Mensch,« sagt Papa. »Hm.« »Freust du dich nicht?« »Doch, doch.« »Es hat dir gefallen. Gib es zu.« »Pfff, mache ich. Aber im Herzen weiß ich, dass Papa nicht ganz Unrecht hat.« »Jetzt kannst du wieder ins Krankenhaus, um Benjamin zu besuchen,« fällt Papa ein. »Er vermisst dich bestimmt schon.« »Unsinn!« »Doch, Kalle hat sowas gesagt.« »Veter!« »Ich schüttle missbilligend den Kopf.« »Ihr habt echt nichts Besseres zu tun, als blödsinnige Gerüchte in die Welt zu setzen.« »Hallo?« »Ich trete in Benjamins Zimmer. Aber wie es aussieht, ist gerade Mittagsschlafzeit. Er hat die Augen geschlossen und atmet tief.« »Ich nehme mir leise einen Stuhl und setze mich an sein Bett.« »Irgendwie wird es mir immer noch ganz komisch im Magen, wenn ich ihn sehe. Immer noch das schlechte Gewissen wahrscheinlich.« »Bevor ich anfange, mich zu langweilen, gucke ich mir Benjamin mal etwas genauer an.« »Ganz schön gemein, einen beim Schlafen zu beobachten.« Er weiß nicht, dass ich ihn untersuche und anstarre. Die Nase zum Beispiel ist mir hilflos ausgeliefert. Ein bisschen krumm ist die. Sie sieht aus, als ob sie mal gebrochen gewesen wäre. Vielleicht eine Rangelei bei irgendeiner Anti-Atomkraft-Demo. Aber das gibt seinem Gesicht was Markantes. Irgendwie männlich. Und voll lange Wimpern hat er. Wie ein Mädchen. Und auch die Haut ist ziemlich feinporig. Passt gar nicht zu den Bartstoppeln. Eigentlich, alles in allem, ist er gar nicht hässlich. Irgendwie sogar hübsch. Auf eine spezielle Art und Weise. Aber uncool. Definitiv uncool. Auch die Hände sehen nach Arbeit aus. Bei Papa gefällt mir das eigentlich, weil es ein bisschen rau beim Rückenkraulen ist. Vielleicht kann Benjamin auch gut Rückenkraulen. Ah, was ich mir hier zurechtdenke. Aus lauter Langeweile. Plötzlich schrillt ein entsetzlich lautes Geräusch auf. Ich erschrecke mich fast zu Tode. Mein Blick haste zum Kopfende des Bettes. Sind da irgendwelche Monitore, die rot blinken? Herzstillstand? Aber da ist nichts. Nicht mal der Tropf. Im nächsten Moment reißt Benjamin die Augen auf. Sieht mich, grinst, greift zum Nachttisch und zieht ein Handy hervor. Hatte ich gar nicht gesehen. Das Ding macht also dieses furchtbare Geräusch. Benjamin nimmt das Gespräch entgegen und grinst immer noch in meine Richtung. Hallo, Kalle. Oh, erzähl. Tatsächlich? Ja, verstehe. Mach dir keinen Kopf. Nein, keiner denkt das von dir. Hab dich lieb. Bis später. Dein Vater? Ja. Benjamin grinst jetzt nicht mehr. Und er schaut mich auch nicht an, sondern starrt vor sich auf die Bettdecke. Was ist? Die Polizei hat die Brandursache herausgefunden. Wirklich? Und? War es Brandstiftung? Hatte der Bürgermeister seine Hände im Spiel? Nein, er war es nicht. Es war selbstverschulden. Wie jetzt? Mein Vater wollte mal wieder Strom sparen und hat im Keller eine Kerze angemacht. Dummerweise hat er sie nicht wieder ausgemacht. Sie ist irgendwie umgekippt und hat... Oh. Jetzt hat er Angst, wir sind sauer auf ihn. Bist du nicht? Ich wäre stinksauer auf meinen Vater, wenn er wegen seiner blöden Öko-Sache all meinen Besitz abfackeln würde und ich eine fette Narbe wegen ihm hätte. Ich finde es gut, dass mein Vater an die Umwelt denkt. Als Kalle und Helle angefangen haben, ökologisch zu denken, da hat mich das gleich überzeugt. Ich war nicht mal fünf, aber ich habe den Gedanken kapiert, dass wir die Welt nur geliehen haben, dass wir sie nicht ausbeuten dürfen. Du hörst dich manchmal an wie ein Politiker oder ein Lehrer oder sowas. Irgendwie altklug. Echt? Ich nicke. Und wieso nennst du deine Eltern beim Vornamen? Ich finde es gut. Ich finde es Mist. Meine wollen das auch immer, aber ich weigere mich. Finde ich gut. Was jetzt? Dass du zu deiner Meinung stehst. Echt? Klar, müssen ja nicht alle dieselbe Meinung haben. Es sei denn, es geht um die Umwelt und um Linden auf dem Marktplatz und um Tiere und Atomkraft und... Benjamin hält mir lachend den Mund zu. Schon kapiert, ich soll nicht so lehrerhaft sein. Ich werde mir Mühe geben. Aber mal im Ernst, kann es ein schöneres Leben geben als so eins, wie wir es führen? Mitten in der Natur? Mit Tieren? Ehrlich gesagt würde ich lieber in der Stadt wohnen. Wieso? Wegen den anderen. Wegen Einkaufen. Wegen allem irgendwie. Und Valerie? Und die anderen Ziegen? Und dein Platz unter der Weide? Ich zucke mit den Schultern. Naja. Wo ist Valerie überhaupt? Sie hat sich abgenabelt. Ist bei Papa. Du hast deinen Job also gut gemacht. Ich wusste doch, dass in dir sowas steckt. Sowas? Sowas Natürliches. Ah, hör mir bloß auf mit der Natur. Wenn du es entscheiden könntest, würdest du also echt wollen, dass deine Eltern die Mühle verkaufen und in den Ort ziehen? Fragt Benjamin und guckt mich prüfend an. Ja, sage ich. 100 pro. Aber das 100 pro fühlt sich irgendwie komisch an auf der Zunge. Sie ist wieder da! Susi und Nette kommen mir, als ich auf die Mühle zuradle, entgegengerannt. Wer? Mimi! Wo? Hier! Wieso hier? Hier ist doch gar nicht ihr Zuhause. Doch! Nein! Doch, doch! Ich entscheide, dass mit den Minis kein vernünftiges Wort zu wechseln ist und mache, dass ich ins Haus komme. In der Küche stehen Mama, Papa, Kalle und Helle am Tisch und prosten sich und Mimi, die neben Valerie zusammengerollt auf einer Decke liegt, zu. Gibt es was zu feiern? Frage ich. Ja! Strahlen mich alle vier an. Wir haben eben beschlossen, dass wir aus dem Grenzhof ein Gnadenhof für herrenlose Tiere machen. Es wäre ein zu großer Aufwand, den Hof wieder für Menschen bewohnbar zu machen. Das Haus müsste quasi vollkommen abgerissen und wieder neu aufgebaut werden. So, so. Ich spüre, dass das noch nicht alles gewesen ist. Mama und Papa wechseln leicht verkniffene Blicke und machen lautlos untereinander aus, wer es auszusprechen hat. Papa verliert. Und wir haben beschlossen, dass wir alle zusammen die Scheune in ein Wohnhaus umbauen, wo Kalle, Hella, Nette, Susi und Benjamin dann einziehen werden. Er legt eine kurze Pause ein, um meinen Gesichtsausdruck zu erforschen. Da der allerdings versteinert ist, fährt er fort, wenn du nichts dagegen hast. Na bravo. Und wenn ich was dagegen hätte, dann soll ich jetzt die allgemeine Freude in Stücke schlagen? In meinem Kopf eröffnet ein Kino. Und alle möglichen Kurzfilme laufen zur selben Zeit. Nette und Susi schreiend im Hof. Wacker-wacker-getanze ums Lagerfeuer. Noch mehr Verfechter der Müsli-Fraktion. Aber es gibt auch ein Gegenprogramm zu den Weltuntergangsstreifen. Ein VW-Bus mehr, der mich in den Ort bringen kann. Genug Leute, die den Ziegenstall mit ausmisten können. Benjamin, der es gut findet, dass ich meine eigene Meinung habe als Freund im Haus. Aber nur, wenn ihr ein für alle Mal aufhört zu verlangen, dass ich euch Günther und Heidi nenne. Und nur, wenn ich ab sofort mindestens dreimal in der Woche in den Ort gefahren werde. Umwelt hin, Umwelt her. Und wenn ich mindestens zweimal in der Woche Fleisch bekomme. Und nie wieder Pastinakengemüse essen muss. Kalle und Hella grinsen. Mama und Papa wechseln einen verdutzten Blick. Dann grinsen auch sie. Einverstanden. Im selben Moment, als wir uns alle fünf die Hand draufgeben, klingelt es an der Haustür. Ich springe in den Flur, öffne und staune nicht schlecht. Der Schwabbel. Herr Bürgermeister höchstpersönlich. Sind deine Eltern zu Hause? Ich nicke. Und Herr und Frau Schnieders? Ich nicke wieder, führe ihn in die Küche, wo die allgemeine Feststimmung sofort Richtung Eiszeit kippt. Der Bürgermeister kommt ohne Umschweife zur Sache. Ihr Sohn, erklärt er Kalle, hat im Internet bösartige Verleumdungen gegen mich veröffentlicht. Er hat mich als Brandstifter beschuldigt. Und dabei sind sie nur ein Ehebrecher, platzt es aus Mama heraus. Aber der Bürgermeister lässt nicht locker. Verleumdung ist eine Straftat. Worauf wollen sie hinaus, will Hella wissen. Darauf, dass sie mir das, was vom Grenzhof noch übrig ist, verkaufen. Zu einem Preis, der für den Haufen Kohle angemessen ist. Dann könnte ich das Vergehen ihres Sohnes vergessen. Dann wendet er sich an Mama und Papa und zieht etwas aus der Tasche. Nun zu ihnen. Dies ist die Urkunde, die besagt, dass sie nicht die rechtmäßigen Besitzer der Mühle sein können. Ich verlange, mehr höre ich nicht mehr. Ich renne. In Windeseile hole ich Herrn Parsikus Urkunde, rase zurück in die Küche und präsentiere das Schriftstück. Hier wird niemand verkaufen. Und wenn sie nicht ein für alle Mal aufhören, uns zu bedrängen, dann wird das hier an die Öffentlichkeit gelangen. Wie siehst du denn aus? Tine starrt fassungslos auf mein Outfit. So willst du da rein? Um uns herum strömen die Mädchen in schicken Kleidern und die Jungs in Jacketts in den Saal hinein. Von drinnen ertönen Musik und Stimmgewirr. Die Stimmung scheint schon gut zu sein. Du hast doch dieses schöne Kleid. Das hatte ich. Ich habe es Thomas zurückgegeben. Bist du irre? Tine zeigt mir einen Vogel. Ich zucke mit den Schultern und schaue an mir hinunter. Wieso nicht so zum Jugendball gehen? Jeans und Glitzertopf, dazu Sneakers, weil ich mit den Absatzschuhen sowieso nur eine halbe Stunde tanzen kann. Ich finde mich schick. Jetzt haben deine Eltern dich echt weich geklopft, findet Tine. Im Gegenteil. Jetzt muss ich nicht mehr um jeden Preis alles anders machen als meine Eltern. Jetzt kann ich mir raussuchen, was ich gut finde und weglassen, was ich doof finde. Hört sich nach Freiheit an, findet Biene und schaut zum dritten Mal, seit ich eingetroffen bin, auf die Armbanduhr. Ich hake meine beiden totschicken Freundinnen unter, eine links, eine rechts. Dann lasst uns mal den Ball aufmischen. Im Saal tobt bereits der Bär. Es wird ausgelassen getanzt. Der DJ gibt sein Bestes, um die Meute anzuheizen. Biene zwickt mir in die Seite und deutet nach links. Dort entdecke ich Julian und seine Freundin. Sie stehen an der Bar und posten sich zu. Tine hat sie zum Glück noch nicht entdeckt und stürzt sich auf die Tanzfläche. Ich hole uns mal drei Cola, beschließe ich und kämpfe mich durch die Masse zur Bar vor. So fälle ich genau neben Julian und seine Freundin. Wie schade, dass du morgen wieder abreisen musst, brüllt er ihr gerade über die Musik hinweg ins Ohr. Ja, wirklich schade, antwortet sie. Ich werde dich schrecklich vermissen, Bruderherz. Bruderherz? Ist das jetzt der neueste Kosename für Verliebte oder... Entschuldigung? Ehe ich drüber nachdenken kann, habe ich Julian auch schon auf die Schulter geklopft. Ja? Wir kennen uns nicht. Du bist die Freundin von Tine. Ähm, ja, genau. Ich habe zufälligerweise gerade euer Gespräch mit angehört. War irgendwie nicht zu überhören. Ja? Naja, Bruderherz. Das hat sie zu dir gesagt. Und da wollte ich wissen... Darf ich vorstellen? Julian deutet von mir zu dem Mädchen. Inga, meine Halbschwester. Sie lebt bei ihrem Vater in München. Unsere Eltern sind getrennt. Drum können wir nicht zusammenleben. Oh, Julian grinst. Wir werden oft für ein Pärchen gehalten. Oh, ist Tina auch hier? Ja, ich deute in das Gewühl auf der Tanzfläche. Vielleicht solltest du ihr deine Schwester auch mal vorstellen. Ich glaube, sie würde sich sehr freuen. Meinst du? Julian hat genau kapiert, was ich meine und sieht sichtlich erfreut aus. Sehr, bestätige ich noch einmal und füge hinzu. Lasst es langsam angehen, ja? Tines Herz hat schon so einige Schramm. Es wäre schön, wenn es diesmal heile bliebe. Versprochen, sagt Julian. Und ich schaue ihm und seiner Schwester nach, wie sie Richtung Tanzfläche verschwinden. Als ich mit den Colas zurückkomme, schaut Biene schon wieder auf die Armbanduhr und dann zur Tür und wieder auf die Uhr. Sag mal, erwartest du jemanden? Nee, wieso? Wen denn? Keine Ahnung, du bist so nervös. Biene zuckt mit den Schultern, schaut aber keine Sekunde später doch wieder zur Tür. Und weil ich ihrem Blick folge, sehe ich etwas, worüber ich in schallendes Gelächter ausbreche. Thomas hat das Kleid gleich weiter verschenkt. Bürgermeister Sohn und eine alles andere als schlanke Begleitung stolzieren unter verdutzten Blicken in den Saal. Es steht ihr nicht die Bohne, findet Biene. Aber sie hat Mut, es zu tragen, finde ich. Und Thomas hat Mut, sie mitzubringen. Er steuert jetzt direkt auf uns zu. Hallo, Ellen. Hallo, Thomas. Alles klar? Bestens. Er strahlt. Yvette, das sind Ellen und... Biene, sagt Biene und haut ab Richtung Eingang. Yvette und ich haben uns vor drei Tagen in der Eisdiele kennengelernt. Yvette ist... Thomas grinst so selig in das ebenso glückliche Mondgesicht von Yvette, dass er prompt vergisst, den Satz zu beenden. Die richtige? Schlage ich vor. Die beiden bestätigen das mit einem Kuss, bei dem sie endgültig vergessen, dass ich neben ihnen stehe. Ich beschließe, mich zu verdrücken. Vielleicht finde ich ja Biene am Eingang. Ich finde sie tatsächlich. Und zwar in einer ähnlichen Lage wie gerade eben noch Thomas und Yvette, an den Lippen eines Jungen. Ahem. Oh, Ellen. Das ist er. Paul. Meine Internet... Liebe, ergänzt Paul auf Bienes fragenden Blick hin. Er ist tatsächlich gekommen. Biene strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Er kam, sah und siegte. Ich grinse und schüttle Paul die Hand. Fühlt sich echt an. Wie bitte? fragt Paul. Ach, nichts, sage ich und zwinkere Biene zu. Da drin spielen sie gerade meinen Lieblingssong, stellt Paul fest. Tanzen? Ja. Biene lässt sich den Arm um die Schulter legen und entschwindet auf Wolke sieben. Mit einem Mal komme ich mir verdammt einsam und verlassen vor. Tina hat Julian, Biene hat Paul und sogar Thomas hat Yvette. Nur ich, ich hab mal wieder niemanden. Hallo. Plötzlich steht er vor mir. Wie aus heiterem Himmel. Und mein Herz macht ein Hüpfer, wie ich es von ihm noch nicht kannte. Benjamin? Was machst du denn hier? Du bist doch im Krankenhaus. Gewesen. Aber wieso? Ich hab mich auf eigene Verantwortung, also, naja, auf Kalles Verantwortung früher entlassen. Ich wollte... Was wolltest du? Ich wollte mal gucken, wo du dich so rumtreibst. Nicht auf Demos. Nee, auf Bällen. Ich hab leider nichts Richtiges anzuziehen für einen Ball, aber wie ich sehe, hast du es heute auch nicht so genau genommen. Siehst gut aus, erkläre ich. Wie du eben. Er grinst. Schämst du dich nicht mit mir, wenn ich mit reinkomme? Solange du dem DJ nicht das Mikro wegschnappst und irgendwas über den Weltfrieden verkündest, wird es gehen. Dann darf ich bitten? Er hält mir den Arm hin, ganz Gentleman. Aber ich nehme ihn nicht. Ich habe mit einem Mal das dringende Gefühl, dass ich etwas ausprobieren muss. Darf ich mal? Frage ich. Er nickt. Also stelle ich mich auf die Zehenspitzen und drücke meine Lippen auf seine. Es fühlt sich gut an.